Ist gar nicht so leicht sich mit der Vergangenheit, also für mich war das total schwer. Ich habe jetzt auch in der Zeit über die schweren Themen, weil ich die ja immer verdrängt habe, habe ich auch teilweise Schweißausbrüche oder so Panikattacken gekriegt, was ich vorher gar nicht kannte. Wo ich dann gesagt habe, kann ich jetzt das wirklich so machen, kann ich das jetzt nach so langer Zeit, verstehen die Leute das oder kann ich das ja auch noch bringen oder war das tatsächlich allein mein Fehler oder also weißt du, so diese ganz schweren Sachen, diese ganze schwere Kost. Was würdest du sagen wiegt in diesem Rucksack besonders schwer, also ist es das ich habe da gedobt oder wir haben gedobt oder ist es ich habe nichts gesagt, also was hat dich ja ja das ist eine gute Frage ist das sogar, das ist eine gute Frage. Also um das zu machen, dass du dich mit Alkohol und Drogen hinrichtest fast, hast du auch nicht so eine eigene Liebe zu dir selber. Ja, danach war wie so eine Neugeburt ist das ja denn. Aber die fängt ja nicht so schön an, ja, wie als Baby, sondern die fängt erst mal an. Scheiße, Mann, hast du es dir wieder, hast du es dir wirklich so schwer machen müssen, also wirklich bis, also mehr ging nicht, mehr ging nicht. Also ich glaube mit dem Tursieg und so, da war ich ganz oben irgendwie und da war ich so tief, wie es ein Mensch nur aushält, glaube ich. Also viel mehr ging nicht. Ich habe ja massenhaft geraucht. Es gibt ja diese genialen Bilder, wo du vier Zigaretten hast. Das ist immer so peinlich. Aber es ist ein gutes Bild. Aber da habe ich das maximal, was ein Mensch rauchen kann, also ich bin mit Sicherheit Weltmeister im Rauchen, das ist jetzt so ein Witz, da bin ich nicht stolz drauf. Ich will das gar nicht sagen, das ist erschreckend. Ich habe also sieben bis neunhundert Zigaretten an einem Tag mal geraucht, weiß ich, wie ich noch lebe überhaupt. Siebenhundert bis neunhundert Zigaretten, hast du die gezählt oder noch? Die wurde mir sogar erst präsentiert, so, da habe ich dann so neun, kann man das nicht erzählen? Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Jan Ullrich. Jan Ullrich ist Radrennfahrer, ehemaliger Radrennfahrer. 1997 hat er als einziger Deutscher bisher die Tour de France gewonnen und ist damit auf den Rad-Olymp gefahren. Danach hat es noch einige Male probiert, ist allerdings nur, in Anführungsstrichen, Zweiter geworden. Ich würde die Zweikämpfe zwischen ihm und Lance Armstrong als legendär bezeichnen. Die beiden haben es geschafft, dass der Radsport ein weltweites Phänomen wurde. Und über diesen Phänomen hing eine große Wolke und darauf stand Doping. Einige Fahrer haben sich damals mehr oder weniger geoutet. Jan Ullrich allerdings hat geschwiegen. 2006 wurde er suspendiert aus dem Team Telekom und 2007 ist er dann komplett zurückgetreten. Und was danach passiert ist, ich kann es nicht anders als einen Absturz bezeichnen. Mit dem großen Aufprall 2018 war das auf Mallorca. Vielleicht habt ihr damals die Fotos gesehen, die durch die Medien gingen. Die Fotos zeigten einen sehr, sehr fertigen, derangierten Jan Ullrich. Drogen spielten da eine große Rolle und er selbst sagt, dass er beinahe draufgegangen wäre. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Danach hat er sich endlich dem gestellt, was in seinem Leben passiert ist und spricht jetzt im Grunde zum ersten Mal überhaupt darüber. Das Ganze kann man nachsehen in einer neuen Doku, die es gibt. Die Doku nennt sich Der Gejagte. Die gibt es auf Amazon Prime oder auch hier im Gespräch. Ich bin nach Freiburg gefahren und wusste ehrlich gesagt nicht, was mich erwartet, wie offen er sein wird und war total überrascht, wie radikal offen Jan über alles spricht, was in seinem Leben passiert ist. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Jan Ullrich. Wie geht es dir? Aktuell geht es mir ganz gut. Ja. Bin ein bisschen aufgerieben natürlich. Jetzt ist ja auch sehr viel passiert in den letzten Jahren wieder. Aber so körperlich und auch die mentale Fitness, Gesundheit so, habe ich eigentlich wieder ganz gut. Also ich würde mal sagen, ich bin jetzt so tatsächlich, was ich sonst nie gefunden habe, so in meiner Mitte so ein bisschen. Ach wie schön. Ja. So, wann würdest du sagen, ist das so? Das ist so, wenn man nicht mehr so getrieben ist, irgendwas Extravagrantes tun zu wollen oder sich zu hohe Ziele setzt oder zu durchgeknallt irgendwie was verfolgt oder so Ziele verfolgt oder sowas. Und natürlich auch nach unten auch. Also das ist, nachdem ich ja keinen Alkohol mehr trinke und auch keine Drogen mehr nehme, ist man sowieso automatisch mehr in der Mitte. Ja. Weil du kommst nicht auch, ich komme auch damit nicht mehr so aus mich raus. Ja, du überlegst natürlich viel, weil du im klaren Kopf hast, überlegst du schon mal, was du sagst, was du äußerst, was du auch reale Ziele steckst zum Beispiel. Und das war bei mir auch immer, hatten wir vorhin mal ganz kurz, haben die Zuschauer nicht mitgekommen, aber dieses, dieses, was ich früher immer, diese Spontanität. Und der Gedanke war da und er muss umgesetzt werden. Aber auch dieser Leidensweg nach unten mit diesen, ja, praktisch fast so Selbstvernichtung, so Selbstzerstörung irgendwie, indem du zu viel Alkohol trinkst und noch Drogen nimmst, ist ja eine Art von Selbstzerstörung auch. Wenn du richtig leiden kannst, dann kannst du auch richtig tief kommen. Ja. Ja, und das ist natürlich auch fatal. Und ich finde das so, ich finde das so eine gesunde, weißt du, dass du auch mit dem zufrieden bist, was du so hast, weil das kann ich aber auch jetzt glaube ich machen, weil in meinem Leben, weil ich in meinem Leben schon so viel auch gesehen habe oder erlebt habe, dass ich jetzt nicht unbedingt sagen muss, oh jetzt mit bald 50, jetzt muss ich mein Leben nachholen oder sowas. Ja, dass ich unbedingt jetzt auch, ich möchte noch viel machen, aber, aber jetzt nicht mehr so ganz Extreme. Und wenn du jetzt, du wirst ja am 2.12. wirst du 50. Genau. Und macht diese Zahl, also macht Alter etwas mit dir? Also denkst du da irgendwie? Ich finde das schon, ja, ich finde das schrecklich. Schrecklich, ja. Doch, weil ich wäre gerne immer jung. Aha. Ja, weil, weil natürlich ist das auch nicht, du kannst auch nicht mehr so, also vom Energielevel logisch, man, man hat ja das immer im Kopf. Und wo man, wo man Sportprofi war, wo man Kind war, nix hat wehgetan, ja, die Knochen alle halten und, und irgendwie, du konntest alles, alles machen. Das, das kannst du jetzt auch noch, aber mit viel mehr Aufwand. Also nicht, du kannst es nicht mehr so wie früher, aber du kannst es, wenn du dranbleibst und das, was ich total hasse, ist so Genastik und so weiter. Aber wenn ich, wenn ich das mache, dann geht es mir eigentlich körperlich ganz gut. Wenn ich das weglasse, dann, boah, bin ich steif wie ein Hund und kann auch nicht mehr mit aufs Trampolin und, 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 weil ich habe ja auch noch Kinder, ja. Und Skifahren geht auch eine Weile schon nicht mehr, was ich auch total gerne gemacht habe im Winter, vor allem mit der Familie. Und, ja, Gedächtnis lässt auch nach. Ja, sind diese, ich dachte auch gerade, also bei mir ist es auch ähnlich, diese, man hat auf der einen Seite, also ich bin ein bisschen jünger als du, 44 bin ich geworden und ich kenne auch schon so ein bisschen, oh, ich habe jetzt Knie, also so, das ist irgendwie merkwürdig, aber ich, ich trinke auch kein Alkohol seit, seit einigen Jahren und ich kenne auch dieses, das Spontane und jetzt geht's los und, also das hat auch nicht nur was mit Alkohol zu tun, sondern einfach so die eigene, die eigene Wildheit ist irgendwie so. Ja, genau, genau. Irgendwie geht's, das ist natürlich total schön, jetzt sitze ich auch manchmal da oder wie hier jetzt, wenn man guckt, sitzt so da und guckt raus, das hätte ich vor zehn Jahren nie gemacht. So, und das ist auch was Schönes, auf der anderen Seite kenne ich aber auch so, dass man denkt, ah, so ein bisschen, das hat auch, das ist, das ist auch das Blöde am Alter, man, man, man verliert so diese, man geht's, das ist so, das alles so geht. Man ist auch, man ist auch garantiert, also garantiert, also ich bei mir, ich kann nur von mir reden, man ist auch nicht mehr so aufnahmefähig. Also wenn, jetzt zum Beispiel, ich hatte in der Schule nie Englisch, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, ich hatte Englisch, aber so ostdeutschisch. Ich hab erst so mit 18, 19, wo ich so in die Welt losgelassen wurde, da hab ich so selber so ein bisschen ein paar Brocken Englisch beigebracht und das kann man, das hab ich dann natürlich verbessert, logisch, aber, aber ich krieg das jetzt nie mehr so hin wie meine Kinder, die das innerhalb von einem Jahr gelernt haben, ja. Ja, klar. Ja, ich kann auch interessant bleiben und das, das, aber, aber trotzdem, so melakonisch und auch so mal, weißt du, wenn ich, wenn ich nicht alles 100% richtig mache, so was ich jetzt auch in der, in den letzten Jahren gelernt hab, wenn ich zum Beispiel mal lange, längere Zeit nicht, keinen Sport mache, dann falle ich gleich wieder in so ein Debrimuster. Ja, ja, dann hab ich so eine kleine Depression, wenn dann das Wetter draußen, dann nicht so, nicht so, also muss ich mich wieder, muss ich und will ich dann auch, weil ich ja weiß, Werkzeug, das erste Werkzeug, die erste Medizin sozusagen, ist der Sport immer noch und wenn ich mich dann an der frischen Luft bewege und dann geht der Knoten im Kopf auch gleich wieder weg, ja und das ist so, manchmal braucht man nicht so viel, aber, aber das muss ich, muss ich einhalten, ja. Ich hab mich das bei dir gefragt, dass du, also ich kenn eigentlich kein einziges Mal, dass ich, wenn ich Sport gemacht hab, mich danach beschissener gefühlt hab als vorher. Achso, ich dachte jetzt, besser gefühlt. Doch, doch, es ist immer, ich kenn den Schweinehund natürlich und dann mach ich Sport und danach geht's mir eigentlich immer besser. Natürlich hab ich aber nie einen Ansatz, so eine Art Leistungsprinzip verfolgt wie du. Kennst du das auch, also kennst du auch dieses, es ist immer besser? Immer. Immer. Auch bei der, auch bei den, auch wenn man, auch wenn man mal in Tour de France gefahren ist? Das, das war, bei der Tour de France war es ja schon so, also als Profisportler ist es nicht nur alles super schön das ganze Jahr. Also ich würde mal sagen, wenn du zwei, drei Monate richtig Spaß haben willst, also auch um die Siege mitfahren willst, den Rest, der Rest ist Arbeit, knallharte Arbeit. Ja. Ja, und da musst du auch, und das ist auch schon so eine Routine dann einfach auch, da kann ich ein ganz gutes Beispiel bringen, das ist mir immer so gegangen, wenn ich dann in den Winterurlaub gegangen bin, so zwei, drei Wochen irgendwo hingeflogen bin mit meinem Partner, dann konnte ich erst mal, weil du bist ja dann fünf bis sechs, manchmal auch sieben Stunden sehr hart im Sport gewöhnt. Ja. Und immer irgendwie auch immer auf Leistung getrimmt und wenn der Körper dann mal Ruhe kriegt, dann brauchte, brauchte es bei mir immer so circa eine Woche, wo ich fast nicht schlafen konnte. Ich kam nicht zu Ruhe, wenn ich jetzt mal so am Strand so ein Buch gelesen habe, konnte ich, ich war so noch, so von der, der Körper hat nach Leistung, also hat irgendwie nach Energie oder hat so einen Energieüberschub gehabt. Ja. Nach einer Woche ging das dann besser, am Ende des Urlaubs war ich richtig müde, wo sich der Körper dann auf einmal mal so das genommen hat, oh jetzt kriege ich einen die Pause, aber der ist noch so, so eine Woche war es bei mir immer so eine Verlängerung noch. Ja. Weil da ist das einfach jeden Tag gewöhnt, ja, jeden Tag diesen Stress, Reisen, Training, Wettkampf, meinetwegen auch Medien dazu, auch für den Kopf ist es ja auch wichtig, dass man dann abschaltet mal, ja. Und das war bei mir immer so, das ist, auch wenn man müde war und aus der Saison müde rausgegangen ist, aber du kannst nicht einfach so aufhören, ja. Und genauso ist aber andersrum auch. Du kannst nicht einfach anfangen, oder? Doch, du kannst anfangen, aber dann brauchst du auch diesen Vorlauf, also bei mir war es immer so, ich habe das eigentlich immer für mich so gemacht, dass ich ein bisschen länger Urlaub gemacht habe, weil ich das vielleicht gar nicht körperlich, aber mental gebraucht habe. Ja, nachdem der Stress dann, der Druck auch dann dazu kam und dann habe ich da immer, also manche können, also es gibt ganz verschiedene Fahrer, manche können gar nicht aufhören, weil sie Angst haben davor, wieder nicht, oder nicht reinzukommen in die Form, in die nächste Saison. Manche machen nur ein paar Tage Luft, manchmal nur eine Woche machen, aber dann anderen Sport, das ist ganz unterschiedlich. Und ich habe dann das für meinen Kopf dann auch immer drei, vier Wochen, manchmal auch fünf Wochen sogar, wo ich auch ein bisschen Fitness gemacht habe und auch mal ein bisschen gelaufen bin oder sowas, aber Radfahren komplett weg. Ja, und dann denkst du eigentlich so, du fühlst dich noch fit. In den Urlaubszeiten habe ich auch nie so Gewicht zugenommen, weil der Körper ja immer noch, der Stoffwechsel immer noch brennt. Das ist immer so eine Nachfolge, wo es dann brauchst du genauso lange auch wieder, um reinzukommen. Du denkst dann, oh, jetzt trainiere ich ja wieder jeden Topf fünf, sechs Stunden irgendwie auf dem Rad, aber nimm immer noch zu, weil der Stoffwechsel noch schläft. Ah. Ja, und dann brauchst du auch wieder so zwei, drei, vier Wochen, bis sich da überhaupt was tut. Das stelle ich mir total, also ich meine, es gibt ja kaum jemanden auf deinem Level so unterwegs, also ich habe zumindest noch nie jemanden so getroffen, aber ich stelle mir das eben wahnsinnig schwer vor. Also ich kenne das selber, dann hat man mal Knie, läuft eine Weile nicht und dann fängt man wieder an und man denkt so, ich war doch eigentlich, ich hatte mal eine gute Pace, wo ist die hin? Das ist total anstrengend eigentlich und eigentlich ist auch dann der Punkt, wo man sagt, ach komm, was brauchst du, um diesen Schweinehund zu überwinden? Oder wie hast du das geschafft? Damals war es einfach, du warst ja Sportprofi und du musst einfach so durch. Und manchmal wusste ich sogar schon, shit, das wird wieder schwer jetzt im Frühjahr. Ja, weil jetzt habe ich lange Pause gemacht, jetzt habe ich ein Level erreicht, wo die anderen schon viel besser waren, weil die weniger Pause gemacht haben, fleißig trainiert haben, ja doch, oder mehr trainiert haben im Winter. Und dann braucht, ja, ich habe immer sehr lange gebraucht, um dann auch nicht zu überziehen. Also man musste es auch bewusst irgendwie rausnehmen, aber ich musste dann immer sehr lange Strecken fahren, um dann auch wieder in den Stoffwechsel reinzukommen, dass ich dann auch wieder Gewicht verliere zum Beispiel oder dass mein Stoffwechsel wieder anfängt, wie ein Profisportler zu denken, ja. Aber das war dann, das ist ja dein Beruf auch, also da kannst du nicht einfach sagen, jetzt hänge ich nochmal eine Woche an, gefehlen oder so, das ist dann auch dann wieder eine Routine. Aber wann hast du dich als Berufssportler begriffen? Äh, 1995, 1995. Und bis dahin warst du einfach einer, der wahnsinnig gern Fahrrad gefahren ist? Nö, bis dahin war ich auch ein Amateur, das war damals auch ein bisschen anders, das ist so wie heute, ich würde mal sagen, vergleichmäßig wie, na, du kennst dich nicht aus, aber U23, das ist so das Sprungbrett, die U23, das Sprungbrett so in die Profis, wenn du älter wie 23 bist, ist das verdammt schwer, in die Profis noch zu wechseln. Aber als Amateur war ich noch keinen Vollberuf Profi, weil da habe ich auch schon sehr, sehr viel trainiert und auch alles auf den Sport ausgelegt, aber teilweise noch Lehre nebenher gemacht oder irgendwo im Radgladen noch gearbeitet oder sowas. Aber es war dein Ziel? Immer, immer schon, ja. Profi zu werden? Ja, also wo die Grenze dann aufging und das war möglich, war das dein… War das immer schon das erklärte Ziel, ja. Ich versuche ja im Podcast immer herauszufinden, wie jemand so tickt. Und ich glaube, ganz viel damit, wie jemand so ist, hat damit zu tun, was einen in der Kindheit geprägt hat. Und was würdest du sagen, wenn du jetzt so einmal so zurückguckst oder auch jetzt, wo du auf dich jetzt guckst, was würdest du sagen, hat dich besonders in deiner Kindheit geprägt? Schon die Energie, ja, und auch schon der Sport, egal welcher Sport es war. Und auch die Aufmerksamkeit, die ich damit erreicht habe, ja, also sei es beim Schulfest irgendwo, wo ich immer für die Schule gewonnen habe, immer der Beste war. Oder irgendwo beim Crosslauf oder vor allem, was so Ausdauersportarten war. Da war ich, ich war ja so ein, ich war ja Nachzügler, so ein Matchbox, sagte mein erster Trainer Peter immer, so ein kleiner Matchbox, nur Haus und Knochen, ja. Ja, und war irgendwie noch biologisch noch nach, nach meiner Zeit eigentlich, aber trotzdem habe ich immer schon diese, im Sport konnte ich mich zeigen, ja. Ich habe das auch dann nochmal in meinem Buch dann geschrieben, zum Anfang, weil das habe ich jetzt erst geschnallt, ja, wo ich mich damit richtig lange beschäftigt habe, dass diese Anerkennung, die ich eigentlich nie von meinem Vater hatte, von meiner Mutter schon, aber die hatte nie Zeit, weil die immer voll gearbeitet hat, die habe ich dann im Sport irgendwo gekriegt, bei dem Sport, da konnte ich mich mit meinem Bruder messen, dann hat der dann auf einmal, oh, Chapeau, der kleine Bruder, der war auch jetzt, Stefan, genau. Und dann auch, und dann natürlich auch beim, also ich habe mit Neuen angefangen dann Rad zu fahren, also, und das hat mir so viel Spaß gemacht und auch dieses, dieses Rennrad irgendwie, wir hatten ja, wir hatten ja praktisch fast gar nichts. Materiell hatten wir, meine Mutter hat zwar voll gearbeitet, aber die konnte sich gerade mal die Mietwohnung und, 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 und das Nötigste zum Essen, hätten wir keinen Garten, hätten wir teilweise hungern müssen. Also Garten, Gemüse, Kartoffeln, so diese Grundnahrungsmittel hatte meine Mutter immer aus dem eigenen Garten. Wir hatten so ein kleines Stück Land gemietet oder hast du dazu gekriegt, so eine Laube oder wie man das nannte, ne. Und, aber so musste ich immer die Sachen von meinem Bruder anziehen und so weiter, aber, aber da habe ich auch gesehen, wie mein ältester Bruder, der war leichter geht und auch super erfolgreich, hat auch immer alles gewonnen als, als Jugendlicher und war dann DDR-Meister schon früh und dann Nationalmannschaft und ist dann auch nach Berlin zur Sportschule. Und da wollte ich unbedingt auch hin, ja. Warum? Weil das so, weil das so der nächste Step war. Ich wollte, wollte tatsächlich nicht in Rostock irgendwie meine Jugend verschlafen, sondern das war so der nächste Step, um im Sport weiterzukommen. Also das war wie so ein kleiner Ritterschlag für so einen 14-Jährigen. Weil das waren ja nur, da fingen ganz viele Kinder an in der, in derselben Altersklasse praktisch, mehrere hundert Kinder, würde ich jetzt mal meinen, ja, diese Kolligationsrennen zu fahren und am Ende der anderthalb Jahre Testphase da, blieben nur zwölf über. Okay. Und diese zwölf wurden dann zur Elite-Sportschule nach Berlin, das war, das war wie so ein, für mich war es ein Ritterschlag. Ja, auch mal Abnabelung von zu Hause, da, da geht es dann richtig voran, da kann ich auch mal trainieren, wie ich will, ja, da kann ich auch jeden Tag Radfahren und so weiter. Und Schule ist verbunden mit dem Sport, aber der Chef ist immer noch der Trainer, ja, wenn der sagt Trainingslager, dann fällt Schule aus. Und ich habe alles, alles ganz gut nebenher gemacht, aber ich wollte, mich hat nichts, nichts groß interessiert neben dem Sport. Weil erstmal konnte ich das super gut und ich glaube auch im Nachhinein, das haben ja auch viele bestätigt, ich war auch so ein bisschen so Energie, heute würde man sagen ADHS, so energiegeladen. Und das musste ich auch irgendwie, ich konnte mich auch besser konzentrieren auf alles, auch in der Schule und so weiter, wenn ich meinen Sport gemacht habe. Das war damals auch schon so. Ja, und da, die Energie musste raus, dass du abends müde bist und auch dann gut schlafen kannst und das hat mir Spaß gemacht. Das hat sich die ganze Zeit auch so hingezogen, wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel, ein anderes Beispiel ist Bundeswehr. Ja, musste ich auch so Grundwehrdienst und so, aber die Bundeswehr hätte mir vielleicht sogar Spaß gemacht, wenn ich kein Radfahrer gewesen wäre. Dann hätte ich da, vielleicht wäre ich da ein bisschen mehr aufgegangen, weil das fand ich auch so ein bisschen Disziplin und ein bisschen Strenge und so die Härte zeigen und so. Aber dadurch, dass ich schon ein sehr guter Amateur war und schon so in der Sprungschanze, so Profis, hat mich das total, also das will ich einfach gar nicht. Das behindert mich jetzt in meiner Trainingszeit oder ja, ich habe dann die Grundwehrdienst trotzdem durchgezogen. Aber, aber das ist alles so, wo ich meine, also ich habe da nur noch Augen und nur noch die Energie für den, für den Sport gehabt. Deine Eltern haben sich, soweit ich das, ich hoffe, ich habe das richtig, die haben sich getrennt, als du 13 warst, glaube ich, ne? Ne, 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 schon viel früher. Schon viel früher, ja. Also mein, mein, mein Bruder Thomas ist fünfeinhalb Jahre jünger und der war gerade mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, wo meine Eltern sich getrennt haben. Also war ich dann so sechs, sechseinhalb. Ach, so jung warst du. Sechseinhalb, ne. Und war das, also ich meine, das kann man jetzt dann mal so einen Blick zurück, damals weiß man das ja nicht, aber war dieses, sich so auf den Sport zu fokussieren, auch eine Art Flucht für so einen kleinen, für so einen Janni? Oder sich zeigen. Flucht vielleicht, kann ich mal, aber da war ich auch gut einfach, ja? Ja. Das ist einfach, das ist auch so, das Spieler, spielerische, ich hatte halt, weißt du, wenn du, wenn du irgendwo immer gewinnst, dann bleibst du ja dabei. Ja, ja, klar. Dann hast du irgendwie dein Talent gefunden, ja. Was für ein Glück. Ich dachte, ja, ich hatte zum Beispiel gegen meinen größeren Bruder, der Leichtakledik dann war, wo ich erzählt habe, sehr, 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 sehr erfolgreich, wo der dann gewachsen ist, so mit 14, 15, 16, da war er auf einmal zu schwer für einen Läufer. Und dann hat er seine Knie verhunzt und war dann eigentlich schon mit 21 war er schon invalide. Ja, da waren die Schuhe natürlich in der DDR nicht so gut, die waren nicht so abgefedert und so weiter. Da haben sie auch sehr viel kaputt gemacht, aber dadurch, dass ich mich eben, ich hätte auch Läufer werden können, wäre in den Fußstapfen meines älten Bruders praktisch, also was eigentlich so normal gewesen wäre. Aber ich hatte mich immer für den Radfahren mehr interessiert, weil auch natürlich das Rennrad dabei war. Und das Rennrad war so, die Läufer haben dann auch sehr viel trainiert mit dem Rennrad und irgendwann kam mein Bruder mal damit nach Hause oder anders, ganz richtig erzählt. Ich war im Ferienlager, das waren die großen Ferienlager und er kam da hingefahren. Das war wirklich, das werde ich nie vergessen, das war so, boah, da kommt ein Ritter auf der Sonne geritten, ja. Das war so Silber, das war ein uraltes Rad, keine Schaltung dran, nur ein Gang und so, aber dünne Reifen schon. Und dann habe ich gesagt, das will ich auch. Das war so meine allererste Motivation, um Radfahrer zu werden. Weil du auch so ein Rad haben wolltest. Ja. Und du hast erst gesagt, oder was auch klar ist, man kriegt irgendwo Anerkennung und auch die Bestätigung und dann geht man dem weiter. Und das ist ja auch ein großes Glück, was jemand wie du hast oder auch viele Menschen, die irgendwie ganz früh so eine Art Bestimmung gefunden haben und sich eigentlich... Ja, es war aber auch schön, du musst auch sagen, dass wir, natürlich hatten wir eine kleine Clique auf dem Dorf, so, ja, aber immer, immer sehr, sehr begrenzt. Und wenn du jetzt zum Beispiel Samstag oder Sonntag ganz früh alleine dann schon sehr selbstständig, ja, mit neun oder auch zehn schon bin, da habe ich mich dann, meine Mutter hat mir noch frühstücken gestellt, morgens um sechs oder so. Und dann habe ich da schnell runtergeschlungen und dann bin ich alleine losgetiert mit meinem Rennrad, weil da immer Treffpunkt war, so ein paar Kilometer weiter auf so einen Parkplatz. Und da kam dann so ein LKW angefahren, so um halb sieben oder so, ja, ganz alles auch dunkel und kalt. Aber da saß dann auch mein anderer Freundeskreis drauf, ja, also die anderen Kinder, die ich nicht aus der Schule kannte, sondern eben aus dem Training und mit denen ich eigentlich jedes Wochenende verbracht habe. Ja, und das hat sich ja dann immer so hingezogen, nachher noch extremer auf der Sportschule, ja, wo du dann praktisch immer mit den Gleichgesinnten, die auch das geil finden Rad zu fahren und auch gut sind und auch tolle Talente sind und so weiter. Und so habe ich natürlich einen Freundeskreis auch aufgebaut, ja. So eine Gemeinschaft. So eine Gemeinschaft, ja. Und hast du diese Anerkennung auch von deinen Eltern bekommen? Also vom Vater dann ja nicht mehr, ja, weil der war dann auch einmal weg. Der war einfach weg, weg. Also ich habe ganz, ganz wenig Erinnerung von meinem Vater, weil er immer, auch Stefan, weil der ein bisschen größer war, hat er immer Stefan, also mit der wenigen Zeit, die er für die Familie hatte, weil der war so Bauarbeiter, Maurer, Hausbauer und der war natürlich Wochenende auch immer eingespannt, weil DDR hat sich immer untereinander auch, ich habe mal da was, komm, kannst du mal bei mir ein bisschen mithelfen und so weiter. Und der hatte nie Zeit für uns, aber wenn er mal Zeit hatte, dann für Stefan. Also mich hat er gar nicht gesehen. Und das ist mir auch bewusst geworden, das tut natürlich auch so einen kleinen Knips. Ich habe immer, ich habe immer viele Jahre zurück, habe ich immer noch gesagt, boah, ich hatte liebevolle Kindheit und so, mir hat eigentlich nichts gefehlt. Gut, also materiell hatten wir nichts, aber an Liebe so, ja. Aber irgendwo ist das ja falsch, weil meine Mutter hat mir schon die Liebe gegeben, aber mein Vater eigentlich gar nicht. Und später wusste ich dann, weil ich habe ihn dann nochmal getroffen, wo ich dann Amateur-Weltmeister geworden bin, 93, aber auch nur total zufällig, also nach so vielen Jahren stand er dann in Berlin, da war so ein Kriterium nach der Weltmannschaft. Und da schrie dann einer, Jani, nach so vielen Jahren, also überleg mal, ich war sechs, sechseinhalb, meine Wege, und da war ich dann schon 19. In der Zwischenzeit hast du den nicht gesehen? Nee, hab ich nicht mehr gesehen. Und da habe ich sofort die Stimme erkannt. Also was das mit dir triggert, ja. Oder wenn du, das ist ja mit vielen so, ist ja mit vielen so, wenn ich nach Rostock gehe, in den Wald, wo ich früher sehr viel gelaufen habe, dann weiß ich so, erkenne ich das sofort an diesen, an den Geruch und alles, ja. Und erkenne das dann. Und die Story ist auch, glaube ich, schon bekannt. Die habe ich auch schon in meinem ersten Buch geschrieben. Aber dann hat er mir tatsächlich, bin ich hin, Vater, was machst du denn hier? Oh, ich bin der größte Fan und so. Und hin und her. Aber der hat sich nicht getraut, weil er damals Scheiße gebaut hat. So hat er es mir schnell gesagt. Er hat sich nicht getraut, dass er, dass er jetzt, wo ich dann erfolgreich bin und so, auf einmal ankommt und will und will sie wieder irgendwie näher oder so, ja. Und dann hat er mir tatsächlich auf so einen kleinen, hat er mir seine Handynummer aufgeschrieben und die hatte ich dann im Rennen da in dem Trikot und dann mit Schweiß oder ich glaube, da hat es auch ein bisschen geregnet, wollte ich das nach dem Rennen wieder. Nach dem Rennen habe ich ihn nicht mehr gefunden. Bin noch drei Runden rumgefahren, aber war er weg. Oder habe ich ihn nicht mehr gefunden. Also viel zu viele Leute. Und dann war das auch verwaschen. Ich habe die Nummer nicht mehr erkannt. Und dann hatte er wieder gemeint, ich will ihn doch nicht anrufen. Bis dann nochmal viele Jahre später die Bild-Zeitung oder irgendeine, ich will jetzt nicht lügen, aber ein Medium ihn dann wieder auswendig gemacht hat. Und dann haben wir nochmal telefoniert. Habt ihr nochmal telefoniert? Einmal telefoniert. Und dann wollte ich tatsächlich ihn mal besuchen und dann ist er vorher gestorben. Hat ein Herzinfarkt mit 60 gehabt. Gott, wie schrecklich. Also vor allen Dingen, also wieso schrecklich, aber wenn man dann selber. Und dann dachte ich mir, das tut mir gar nicht weh, aber das hat mir dann doch sehr weh. Das ist dann doch irgendwie, ne? Kriege ich jetzt noch ein bisschen Gänsehaut, kriege ich jetzt noch. Ja, vor allen Dingen, ich habe gerade gedacht, wenn man so, also man kann das ja alles, also so kenne ich das auch von mir, ne? Wenn man, man guckt so zurück auf die Kindheit und was du auch sagst, klar. Und dann irgendwann wird man selbst Vater. Und diese Vorstellung, ja, also ich denke da ganz oft so, wenn es irgendwie einen Konflikt gibt oder so, denke ich, dann gucke ich, dann sehe ich auch mich nochmal als kleines Kind und denke so, ja, was hätte ich mir denn jetzt eigentlich gewünscht im Moment. Und so können sich Sachen auch nochmal so... So sollte man das eigentlich machen. Ja, Sachen nochmal... Aber es lässt sich nachher, so gut das Schluss lässt sich ja alles klären. Auch wenn er damals große, selbst große Probleme gehabt hat, ja, kann man sich ja trotzdem geändert haben oder kann man ja... Wir waren immer so ein bisschen sauer, weil er sich nie mehr gemeldet hat. Also uns einmal noch, einmal hat er uns noch abgeholt an so einem Treffpunkt. Dann haben wir auch einen sehr schönen Tag gehabt. Da weiß ich noch, da war ich eben sechseinhalb oder so. Einen sehr schönen Tag sogar. Also der hatte so ein kleines, so ein kleines Landhäuschen mit so einem Teich dran. Dann durften wir sogar, ich durfte dann schon mit so einer Simson fahren. Also mit so einem kleinen 50er, 50er Simson praktisch. Und da war ich natürlich sehr stolz, dann war ich im Zoo und so. Aber am zweiten Mal kam er dann einfach nicht mehr. Da weiß ich nicht, was er sagt, eigene Probleme, keine Ahnung. Jedenfalls hat er dann, ist er nie wieder zum Treffpunkt gekommen. Dann hat meine Mutter es irgendwann gelassen. Ja, klar. Ja, und das, du denkst halt, du denkst halt, du redest dir das auch immer dann schön. Also du hast ja dann, auf einmal hast du dann einen Trainer, der so ein bisschen Vaterersatz wird. Oder der Opa hat sehr, sehr, mein Opa Fritz hat sehr, 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 sehr viel gemacht. Der hat mir alles eigentlich, was ein Vater mir beibringen sollte eigentlich so. War das sein Vater oder der Vater deiner Mutter? Der Vater meiner Mutter. Ja, ein super, super, also ein superherzlicher, von dem haben wir, glaube ich, alle so das große Herz, was man uns so nachsagt, auch meine Mutter und so. Weil der war total superlieb und der hat uns alles, alles so beigebracht, ja. Also vom Flitzbogenbauer, alles angeln und der hat auch einen Bauernhof mit Tieren und zwei Gärten, einen Blumengarten und einen so mit Obst, Früchte, Gemüse und so weiter alles. Und da habe ich sehr, sehr, sehr viel gelernt und da haben wir auch sehr viel Zeit verbracht, aber der ist auch leider viel zu früh gestorben dann und dann war das auch weg. Was würdest du sagen, wie viel, also es ist natürlich schwer zu beziffern oder so, aber dieser unglaubliche Drang, den du ja hattest, Radprofi zu werden und auch oben hinzukommen, wie viel würdest du sagen, hat damit zu tun, dass dein Vater nicht da war? Also hatte das auch so eine Art, die Ärzte nannten es Schreien nach Liebe oder Schreien nach gesehen werden? Das ist halt eben eine große Frage. Ich glaube, das hat schon sehr viel damit auch zu tun, ja. Aber auch, weil ich mich da total wiedergefunden habe, das hat mir einfach Spaß gemacht und jeder hat auch so ein bisschen, auf einmal hatte ich eben die Aufmerksamkeit, weil jeder vom ersten Trainer über die anderen Trainer, die ich hatte oder alle, die mich gesehen haben, oh, da wächst aber ein Rohdiamant dran oder ein Riesentalent oder. Also haben sie alle richtig Aufmerksamkeit präsentiert und auch gegeben und sich angestrengt und da sind ja ganz viele glückliche Sachen für mich dann auch passiert. Zum Beispiel eine glückliche Situation, weil das eben erkannt wurde, denn in Berlin, ich war ja noch sehr, sehr klein und auch hinter meinem biologischen Alter praktisch und da hat man, da hat der Peter Becker, der damalige Trainer eben, der hat mich einfach kein Krafttraining machen lassen, der hat mich nie so viel trainieren lassen, weil ich noch im Wachstum war. Ja, das hat er mir zwar immer erklärt, aber ich war, oh, wieso dürfen die anderen mehr? Ich will auch. Aber zum Glück, weil sonst wäre ich vielleicht mit 20, hätte ich vielleicht Rückenprobleme gekriegt oder die Knie wären schon kaputt gewesen. Ja, da muss man ja auch sehr aufpassen, weil gerade bei so einer Elitensportschule, wenn du einen falschen Trainer hattest, der hat dich einfach, egal was du für ein biologisches Alter, ob du noch im Wachstum warst oder so, die haben halt einfach ihre Leistung oder ihre Erfolge haben wollen und haben viele Kinder auch kaputt gemacht. Das muss man auch ganz klar sagen. Und da hatten halt alle, weil sie, glaube ich, erkannt haben, dass da was ranwächst, was später auch mal richtig zündeln könnte, glaube ich, da habe ich da sehr viel Glück auch gehabt. Ja, ja, voll. Also ich kann das total, also das wird so, man fragt sich natürlich immer, ne? Also ich habe ja schon gesagt, wie tickt jemand und wie passiert, dass das so was möglich ist? Also es ist ja, ja, schon fast unmenschlich, wenn man sich so die großen Helden anguckt und da zählst du ja für mich auf jeden Fall dazu. Danke. Und dann war, wie ist, also ich habe dir ja vorher gesagt, bevor das Mikro an war, ich habe nie Tour de France geguckt, habe jetzt deine Doku gesehen und habe das gesehen. Wahnsinn, wie kann man sich sowas antun auch? Also das ist ja irre, was dann passieren kann, aber allein so, das eine ist natürlich klar, man findet da seine Heimat, seine Kollegen und so weiter. Aber natürlich habe ich dann auch gedacht, ja, okay, wenn der Vater nicht da ist, du kriegst eigentlich die Bestätigung, also ich habe es mir auch sehr hart vorgestellt, du kriegst eigentlich das Umfeld, die Lehrer oder die Trainer, Sport, das Umfeld, die geben dir alle eine Bestätigung, aber eigentlich zu Hause gibt es einfach so ein, gibt es einfach ein schwarzes Loch, wo nichts rauskommt. Ja, nicht ganz so, aber schon, ja, 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 das denke ich schon, weil, 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 wo ich mich jetzt nochmal richtig reinversetzt habe, wo ich mich damit das erste Mal so richtig bewusst auseinandergesetzt habe, da konnte ich sogar noch, wo mein Vater so eine Situation, der hatte Motorrad gehabt und dann hat er einmal Zeit gehabt, Sonntag und da war so ein, so ein, in der Nähe von Rostock war so ein Motorrad Crossrennen, also so ein Speedway, Speedway nennt man das, Speedway. Ich wurde so zu schräg legen und dann, okay. Und dann hat er gesagt, da fährt er hin und du Stefan, komm spring auf. Und ich stand dann neben Stefan und fuhren die weg und ich stand da alleine mit, da war ich auch noch kleiner, da war ich vielleicht vier oder so. Und das, das, das kam mir erst wieder, wo ich in Rostock war, also jetzt für die Doku. Ja. Und da kommen auf einmal so, so wie so Tracker-Pointe, da kommen so, so ganz, da gehst du ja nochmal tief, ja, das ist ja auch, ist gar nicht so leicht sich mit der Vergangenheit, also für mich war das total schwer. Ich habe jetzt auch in der Zeit über die schweren Themen, weil ich die ja immer verdrängt habe, habe ich auch teilweise Schweißausbrüche oder so Panikattacken gekriegt, was ich vorher gar nicht kannte. Ja, wo ich dann gesagt habe, kann ich jetzt das wirklich so machen, kann ich das jetzt nach so langer Zeit, verstehen die Leute das oder kann ich das ja auch noch bringen oder war das tatsächlich allein mein Fehler oder also weißt du, so diese ganz schweren Sachen, diese ganze schwere Kost. Weil das ist ja, das habe ich immer verdrängt oder nie richtig aufgearbeitet. Und jetzt musste ich auf einmal, jetzt wollte ich das, weil das war glaube ich auch der Handicap, mein Lebenshandicap, dass ich dann auch so einen Absturz hatte, ja, immer mal wieder. Und das ist ja auch der, deswegen musste ich mich jetzt da richtig tief, tief beschäftigen und das, und da sind ja nicht nur schöne Sachen dabei. Das Handicap ist, ist das, also ist der Unterschied dieses Mal so, also das sieht man, finde ich sehr beeindruckend auch in der Doku, aber es gibt ja ganz, also es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen einem, was man besser, was man tun sollte. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Mach mal dies und so weiter und das kenne ich bei mir. Das war mein ganzes Leben so gewesen, ja. Wenn ich selber was will, dann ist es eigentlich, funktioniert es eigentlich dann, also wenn es irgendwie intrinsisch ist, wie man so schön sagt. Ist das bei dir auch so, dass du gemerkt hast, ich muss mich jetzt, es ist gar nicht mehr so ein Wollen, sondern wirklich, ich muss für mich mich mit diesen Sachen auseinandersetzen, da wirklich hinfahren, hingucken, tief gucken? Ja, nachdem ich überzeugt wurde. Du wurdest überzeugt? Ja. Von meinem Umfeld praktisch, jetzt auch mein Freundeskreis und man hat mir die, also nach meinem tiefen Fall 2018 in Mallorca da, wo ich fast alles verloren habe, also gerade noch so mit dem Leben davon gekommen bin, irgendwie kann man schon so sagen. Was ganz krass war, da braucht man erstmal, da kann man nicht sofort, an was lag das jetzt oder so, ja, sondern da braucht man erstmal die ganze Energie, die ganze Kraft, um da sich selber erstmal wieder den Schalter umzulegen, das ist das Entscheidende und dann sich helfen zu lassen auch, ja. Und das habe ich nie so gerne gemocht, weil ich habe, ich war viele Jahre so in der, in der, in der, in der guten Lage, dass ich immer helfen konnte, auch viel, aber so Selbsthelfer annehmen, das war total schwer für mich erstmal, ja. Und, oder in so eine, in so eine Entzugsklinik oder sowas, das konnte ich mir viele Jahre gar nicht vorstellen. Das war so, das war auch damals ganz anders, wie man heute, so die Aufklärung und, und jeder, jeder irgendwo in Amerika hat einen Psychologen und, und hier kommt das, schwappt das auch so langsam über und das ist auch gut. Ich habe das, wo ich das erste Mal damit angefangen habe, da dachte ich, boah, jetzt kann mal, jetzt redet mal einer mit mir, ja, irgendwie. Und, ja, das war, und dann brauchte ich natürlich immer Kraft und dann, wo ich dann so das, und auch dieses Ganze, wenn man so radikal und extrem, also wenn man, wenn man Alkohol zum Beispiel mit Kokain, über, auch nur über ein paar Wochen oder sagen wir mal drei Monate, dann, dann ist da oben was durcheinander. Ja, dann ist, die ganzen Hormone sind durcheinander. Und wenn man dann das schafft, damit aufzuhören, und das war gar nicht mal, wo ich dann überzeugt war, war das für mich gar nicht mal so schwer. Ja, also aufhören mit allem, mit den ganzen Substanzen und dann auch ein bisschen später auch sofort mit Rauchen. Das ist auch, das schaffen manche ja ganz Leben lang nicht. Aber dann fällt man immer erst mal in so einer Depression. Und bei mir hat das fast zwei Jahre Energie gebraucht, also mit vielen Gesprächen und dann auch wieder angefangen mit Radfahren und mit den Kindern sich zu beschäftigen und so. Und dann, und dann kam die Frage, was hat das jetzt, oder ja, was hat das ausgelöst, dass du immer wieder so alle paar Jahre dich praktisch selbst zerstörst. Ja, und jetzt hast du fast alles verloren. Und dann habe ich das, und dann habe ich mich überzeugen lassen, erst überzeugen lassen, und dann war ich selbst der Meinung, dass das wirklich das unaufgearbeitete Thema ist. Das Unausgesprochene, die, die vielen Enttäuschungen, auch über mich, ja, natürlich. Also ich habe ja auch viele Fehler gemacht, aber die nie, die immer verdrängt wurden, bis es nicht mehr ging. Also die Lunte war immer noch am Brennen und irgendwann ist sie, hat sie sich an dem Dynamit angekommen. Und dann hat es mir eine Sicherung durchgehauen, ja. Und, und wo ich das dann gemerkt habe, da habe ich dann angefangen, erst mal zu zweifeln, ist das jetzt nach so langer Zeit und ist das wirklich das? Aber, aber ich habe dann, ich bin dann schnell überzeugt worden auch, dass wir das mal ausprobieren sollten einfach. Weil was bringt es mir dann, wieder diese Verdrängungstaktik zu nutzen, dass es mal wieder ein paar Jahre besser geht und dann holt sich er doch wieder ein. Ja, es muss einfach mal raus, es muss raus. Der, 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 der Rucksack war zu schwer. Den konnte man mal ab und zu mal ablegen, aber dann war er genauso schwer, wenn du ihn wieder genommen hast. Ja, und ich, und ich finde, egal, egal, was jetzt dann rauskommt, für mich, für mich persönlich fühlt sich das leichter an, ja. Das ist wirklich, und auch, das war, und dadurch, dass es auch nicht einfach war, sehe ich auch, dass da viel, dass da viel absolut nicht verarbeitet war. Ja, und ich glaube, wenn man das mit sich rumtritt, die ganze Zeit, und das ist nicht, ist gar nicht so bewusst oder so, aber das holt dich immer mal wieder ein, wenn du sowieso mal noch eine andere, andere Lebenskrise hast. Also zum Beispiel eine Verletzung, wo du wieder nicht Radfahren kannst oder, oder mal in der Familie mal einen großen Streit oder irgendwas anderes auch nicht gut geht, dann holt dich das auch wieder ein, ja. Und, und das, das war bei mir immer so der Fall. Dieser Rucksack, also zum einen würde mich interessieren, was, was hat dazu geführt, dass du den, den nie angucken wolltest? Also dieses Verdrängen, dass du diesen Rucksack eigentlich, ne, da sind ganz viele Päckchen drin, du machst den aber nicht auf und guckst nicht richtig rein. Was, was, was war diese, was war der Grund für die Verdrängung? Ja, zum Anfang ist es ja, das fing ja mit zwei, sechs an. Praktisch, ja. Wo das dann, wo ich dann aus der Tour rausgenommen wurde, wo du dann auf einmal eine Schock, eine Schockstarre hattest, wo du gar nicht reagieren konntest oder wo du gar nicht wochenlang nicht gewusst hast, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Das ist ja mit so einem Schock angefangen und dann war mein, und dann habe ich mein Leben, also ich habe gedacht, ich habe zwar noch ein Privatleben gehabt und sehr, und zu der Zeit, sogar noch ein Glückliches, was, was parallel geholfen ist, aber was, was der Pluspol war zu dem Negativen, deswegen ging es auch noch eigentlich eine Weile, aber das war ja, das war ja wie so ein Schock. Der Schock war das Rausnehmen. Ja, der Schock war das, das, das Doping, das Rausnehmen, das jetzt auf einmal mit sich hadern, mache ich ein Geständnis, mache ich kein Geständnis, das Aufwiegen, das Permanente mit Anwälten zusammen sein, das Anwälte, das hat mich alles, alles genervt. Dieser permanente Druck von außen, von den Medien, die Paparazzi, du musstest ja auch erstmal, um zu überleben, mussten wir erstmal, das hat meine Frau damals auch gesagt, mussten wir erstmal den Kopf einziehen, also so rausgehen, so mit der gestollenen Brust und dann so sagen, oh, so und so war es oder so, das ging gar nicht. Ja, und dann stehst du auch natürlich, was, was total blockiert hat, ist ja auch so, du willst ja auch keinen, deine, deine Familie, sage ich mal Familie Radsport, ja, der ganze Freundeskreis, du willst ja auch keinen verraten, du willst nicht der Verräter sein, ja, du willst nicht der Erste sein, der das irgendwie aufdeckt, irgendwas, ja, was, 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 was keiner nach außen gesehen hat oder so, was Großes und, und damit sehr viel Leben zerstörst. Das wollte ich, das war ich, das habe ich gesagt, das kann ich nicht, egal, ob ich jetzt da zugrunde gehe, aber das mache ich nicht, das bin ich nicht, ich bin kein Verräter und das muss ich da wahrscheinlich so durch. Ja, und dann über die Jahre hat sich das ein bisschen beruhigt, dann ging es natürlich privaten wieder mal ein bisschen besser, es ist ja nicht, ist ja von da nicht immer nur schlecht gewesen, ja, dann kamen die Kinder natürlich alle, dann kamen noch drei, drei wunderbare Kinder, was auch total schön war. Aber dann, aber dann, aber dann kam das immer wieder, immer wieder, ja, dann kam das immer wieder, dann kam auch eine Depression dazu und dann habe ich, habe ich natürlich auch, was ich im Nachhinein auch erkannt habe, ich dachte, ich kann jetzt erst mal so ein paar Jahre, schaue ich mal. Was so passiert. Ja, und ich wurde immer, ich wurde immer, es hat mich so, meine seelischen Frieden, meine mentale Gesundheit, hat das immer Stück für Stück gefressen und ich habe es nicht gemerkt. Ich wollte mir aber auch keine, meine Frau hat dann schon nach ein paar Jahren gesagt, hol dir doch mal Hilfe oder sowas, ja. Das, 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 hey, ich bin stark genug, ich habe die Tour de France gewonnen, ich bin Profisportler, ich kann kämpfen, bis ich umfalle, dadurch hol dir immer noch keine, so eine Hilfe, ja. Da war ich auch zu stolz oder auch zu verletzt noch immer und, und du bist ja, du hast, das früher ein ganz anderes Wahrnehmen, eine ganz andere Wahrnehmung gehabt um das Ganze rum. Du hast ja, ich habe lange nicht erkannt, dass ich auch, dass ich natürlich auch diesen Riesenfehler gemacht habe. Weil ich dachte, das ist so, das gehört dazu, das muss ich machen. Ich war ja ganz lange überzeugt von anderen Sachen, ja. Die haben sich erst über die Jahre dann natürlich aufgeklärt, dass ich nicht enttäuscht sein muss von allen anderen, sondern auch von mir. Das ist die Erkenntnis. Aber wenn man sich damit nicht beschäftigt, sondern wenn man das immer wieder, und im Verdrängen war ich, war ich sehr gut. Ich habe eine riesen, riesen Tonne, wo ich das alles immer reinschütten kann. Der Rucksack, ja. Und du bist ja auch leidensfähig, wenn du so kämpfen kannst, wenn du so als Kind, von Kindesalter an jeden Tag kämpfen gelernt hast, dann wird das auch so Normalität. Du bist dann auch ein starker Mensch, ja. Du hast auch Energie, du hast auch Charakter. Dann kam auch so ein bisschen, die Medien wollen mich brechen. Nee, mich kann man nicht brechen. Ja, ich bin da einfach. Dann kam auch immer dazu, vom Radsportumfeld, wo ich bestärkt wurde, kam ja auch dazu, ey Ole, du alleine schaffst das und so, du bist so stark und nicht zu sagen, das ist doch klasse und so. Ja, klar, weil die saßen ja auch alle im selben Boot. Ist natürlich klar, dass sie alle wollten, dass ich nichts sage. Das sind so ganz viele, ganz viele Kleinigkeiten, die dazu. Und dann wurde ich auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da kamen ja so die ersten Geständnisse. Dann hätte man zwischendrin für meinen Seelenfrieden, hätte ich dann auch irgendwann mal meine Wahrheit oder mein Geständnis bringen müssen. Als Lenz und alle. Ja, da kam ja dann massenhaft, das fing ja dann irgendwann an und dann hat man ja auch, dann hat man auch die Tendenz schon nach außen, die Leute haben das dann auch besser verstanden. Weil zum Anfang hat das ja gar keiner verstanden. Auch wenn ich gesagt habe, ich habe ja nicht gesagt, ich habe nicht gedopt. Ich habe gedacht, die Leute verstehen das, wenn ich sage, ich habe eigentlich keinen betrogen und auch irgendwie war ich fair sonst. Ja, weil damit habe ich ja wirklich meinen Gegner gemeint. Also weil ich war überzeugt davon, das sage ich mal nicht alle, alle kann man ja gar nichts, alle kann ich auch nicht beweisen und nichts, aber sehr großflächig war das Thema damals in dem Sport. Doping war einfach, das hat mit dazugehört damals. Und du musst auch sehen, heute, ich weiß nicht, wer sich da noch 25 Jahre zurückversetzen kann, da war das Thema Doping noch gar nicht auf der, da war das weder hart bestraft, also hart bestraft von, sage ich mal, vom Staat oder sowas, Gefängnisstrafen oder sowas, noch irgendwie angesprochen. Das war irgendwie so, man hat eigentlich gedacht, das gehört mit dazu und man macht gar nichts so Schlimmes. Heute ist das ein ganz anderes Thema. Heute ist das ja über viele Jahre, wird das immer wieder auch den jungen Fahrern, das wird ja immer wieder präsentiert. Ich kenne das Thema überhaupt erst durch dich oder durch die Tore von uns. Ja, aber damals muss man, damals, wo ich probieren bin, da habe ich überhaupt gar nicht gewusst, was Doping, also ich habe natürlich gewusst, wenn du zur Dopingkontrolle gehst und da bist du positiv oder so, weil dir irgendeiner was gegeben hat, was auf der Dopingliste steht und du bist positiv, dann bist du durch. Aber das ist ja ein ganz komplexer gewesen. In unserer Zeit gab es nun mal, das kann man ja auch ruhig anschauen, also das ist ja auch, also ich sage eigentlich ja gar nichts groß, was nicht schon bekannt ist, also die EPO-Phase. Das war die erste Phase, ne? Die EPO-Phase, das war was, was da war, aber man konnte es nicht kontrollieren. Und ich glaube, dass wir, da bin ich fest überzeugt davon, manche werden da sagen, ne stimmt, vielleicht gar nicht, weil die in anderen Teams gewandelt sind. Ich glaube, in Deutschland kam das sowieso erst ein paar Jahre später, also zu uns, zu uns im Team. Und das kam daher, dass viele natürlich gewechselt haben, diese Wechselzirkus und dann kamen wieder zu uns Sportler, die aus anderen Teams kamen, dann sprach sich das ja auch rum, das ist ja auch eine kleine Kommune, ja? Und irgendwo war das dann so ein offenes Geheimnis und irgendwann hat man sich dann entschieden, da müssen wir mitmachen. Wenn wir irgendwie mithalten wollen, dann müssen wir es auch machen, weil das ist so flächendeckend jetzt schon, du hast aber keine Chance bei den großen Rennen jetzt irgendwie, auch wenn du das größte Talent bist, hast du keine Chance. Keine Chance heißt keine Ergebnisse, keine Ergebnisse heißt Sponsor weg. Oder du kriegst ja keinen Vertrag mehr oder was auch immer. Und so ist das bei mir eigentlich so gar nichts Großes, was Schlimmes gewesen. In deinem Kopf? Nee. Das war zum Anfang, also ich wurde überzeugt davon, dass das nicht gesundheitsschädlich war, weil in meiner Zeit gab es auch schon diese 50er Grenze, das will ich dir jetzt gar nicht sagen. Das ist der Hämatokritwert, damit werden die roten Blutkörperchen gemessen und der darf, wenn du jetzt zum Beispiel viele rote Blutkörperchen hast, die den Sauerstoff transportieren zu den Muskeln und so und dadurch bist du praktisch ein bisschen leistungsfähiger. Aber wenn du da übertreibst und das wird zu viel, dann wird das Blut zu dick und dann kann es gerinnen und du kriegst dann alle möglichen, also kannst du ein Herz, ein Faktor, alles. Und da hat man dann, weil man das nicht kontrollieren konnte, die UCI war auch ohnmächtig. Die wusste, dass es voll drin ist, weil wie so auch, keiner war im Höhentrainingslager oder so und alle hatten so eine Werte, höhere Werte. Und natürlich wusste man das, aber da hat man sich dann Gott sei Dank einfallen lassen, so ein 50er Wert, also ein 50er Wert, wer da drüber war, der musste zwei Wochen pausieren. Du konntest ja immer noch nicht den nachweisen, dass es jetzt von EPO kommt, aber und deswegen haben sich natürlich die meisten dann dran gehalten, unter diese 50 zu bleiben. Und das war dann nicht mehr gesundheitsschädigend. Du hast ja keine Thrombosen oder sowas. Das war ganz, wenn du ja zum Beispiel zum Bluttest gehst, um das mal dir zu erläutern, der wirklich gar keine Ahnung hat davon. Ich bin auch kein Doktor, aber dann hast du deine Blutwerte und dann hast du so Hämatokrit und Hämaglobin. Hämaglobin ist nochmal ein anderer, aber Hämatokrit ist dieses Rote, dieser, dieser. Und da hast du alleine schon, da geht es dann los, ich glaube, ich müsste jetzt lügen, aber so von 39 bis 53 bist du im Normalbereich. Also jeder Mensch, der da drin ist, der hat auch, der sagt, der Arzt perfekt. Also heißt es auch, wenn du einen 52er Wert hättest, ist es nicht gesund, das ist einfach noch, manche haben das, die vielleicht in der Höhe wohnen oder genetisch anders aufgestellt sind oder sowas, die haben auch höhere Werte. Deswegen war das immer so, die Uzi war auch ohnmächtig, man konnte es einfach nicht, man hätte da meines Erachtens sich mit Volltempo, weil man hat ja später auch einen Test gefunden für EPO. Der kam ein paar Jahre später oder kurze Zeit später, da hat man mit Vollgas an so einer Test arbeiten müssen. Aber dass dieses EPO, was glaube ich damals wie eine Seuche war das ja. Also Seuche, weil, wer hat sich da schon dran gehalten, wenn es nichts zu kontrollieren ist. Und wenn du dann auf einmal als junger Spoiler erzählt bekommst, ey, das machen fast alle. Also das wissen wir von allen möglichen, die dann. Und letztendlich haben sie damit ja auch recht gehabt, weil das hat sich ja im Nachhinein auch, und ich würde es auch nicht sagen, es waren sicher auch welche dabei, die es nicht gemacht haben. Die vielleicht auch keinen, dass sie nicht finanzieren konnten, ich weiß nicht, oder in kleineren Teams oder so. Aber ich bin überzeugt davon, und das muss man auch verstehen, warum man sich auch entschieden hat dafür, dass wenn du alles für opferst, und das war ja dann schon profimäßig, und du hast dann dein ganzes Leben lang von neun an bin ich Rad gefahren und hab alles untergestellt. Und dann bist du in der Königsklasse, und das wird dir dann auch so verkauft, ja. Mensch, jetzt bist du ein Profi, das gehört jetzt irgendwie dazu, und das ist eigentlich nichts Schlimmes. Es ist so, ja, es ist auch nicht, es steht zwar auf der Dominionliste, aber das kann ja, und wenn, und das, und was mich denn, das war immer noch nicht so das, was mich motiviert hat, das zu machen. Was mich motivierter war, wo sie gesagt haben, das ist schon sehr, sehr weit verbreitet. Also du hast eigentlich, ich wusste ja auch nicht, wie das wirkt oder so, sondern wenn du das, also eigentlich hast du keine Chance, wenn du das nicht machst. Und dann bist du dann da, und mit dem Wissen dann auch noch, ja, jetzt trainiere ich hart, jetzt bin ich ein großes Talent, und ich stelle alles unter, ich hungere mich ab, bis auf vier Prozent Körperfett und alles, und mein ganzes Leben, ja, ist praktisch ein ganzer Kampf, und dann habe ich von vornherein schon keine Chance. Hä, was soll das? Kann ich, und aufhören wollte auch keiner. Ich versuche die ganze Zeit so ein Bild zu finden, aber mit Verlaub, ist das wie so ein E-Fahrrad, was man dann plötzlich hat? Nee, 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 also da muss man aufhören weg. Das sind so, ich will mal, ich kann das gar nicht in Prozente aus, nee, E-Fahrt natürlich nicht, nein, das ist also, du musst schon auch. Nee, man muss schon fahren, beim E-Fahrrad muss ich auch fahren. Aber guck mal, guck mal, es fängt ja schon so an, also der in die Profiklasse kommt, das sind alles aus allen Jahrgängen die besten Talente. Die kommen sowieso schon da oben aus der ganzen Welt an, ja. Und, äh, aber wenn du das größte Talent wärst und einer, der ein bisschen, also ein bisschen weniger talentiert ist, der würde dich abhängen, also nicht abhängen, der würde gewinnen gegen dich, ja. Ja, also, also, und letztendlich geht es ja um, also ich fand immer, und das sagen auch sehr viele, und das stimmt auch, äh, es sollte ja auch im medizinischen Bereich, äh, sollte es Chancengleichheit geben, ja. Ja, aber, aber man, die Leute stellt, das ist eine gute Frage, die du gefragt hast, also es, es bringt was, ja, aber ohne, ohne, dass du dich jeden Tag in die Schnauze haust und alles mitbringst und, und auch ein gutes Team hast und, und so auch eine gute Betreuung und auch gut schläfst und auch gute Erholungsphasen hast, äh, bringt dir das doch ja auch nichts. Ne, das verstehe ich, also es ist nicht so, also das, äh, so meinte ich das, ich, ich meinte das eher so körperlich, ne, ich kenne das jetzt, ich fahre jetzt ein E-Fahrrad und ich kenne das, dass ich, äh. Na, da muss man ja E-Fahrrad, muss man ja nichts mehr machen. Na doch, ich muss schon noch fahren. Ich habe aber. Die Quälerei bleibt gleich. Die Quälerei bleibt gleich, ja. Ja, bloß, äh, du erholst dich natürlich, du hast ein bisschen, du hast ein bisschen mehr, äh, Sauerstoff einfach, und der Muskel, äh, das ist ja ganz einfach, der Muskel braucht Sauerstoff, der muss gut durchblutet werden und wenn er keinen Sauerstoff mehr kriegt, dann bildet er, so eine Art, äh, Toxic, also wie ein Laktat, Laktat nennt sich das ja, eine Milchsäule und dann geht er zu. Und dann geht nicht, geht nicht mehr. Ja. Und, äh, wir haben das damals schon auch, ich kannte, ich kannte das so ein bisschen, äh, weil wir als Amateur damals, hat, äh, der Bund Deutscher Radfahrer wirklich auch investiert in Höhen-Trainingslagern. Also ich war da, äh, in Mexiko, ich war da in Colorado Springs auf 2500 Meter, das ist ungefähr das Gleiche. Mhm. Äh, ich war da in Südafrika auf so einem Höhenplateau, als Amateur, ja. Und, äh, dann trainierst du da oben drei Wochen, musst dich erst mal anpassen, weil das ist ja, das ist schon, in der Höhe kriegst du auch dann von Anfang an auch weniger Luft, also du atmest auch tiefer, schneller. Ja, das kann ich nicht wandern. Ganz einfach, äh, die, äh, die meisten würden es gar nicht schaffen ohne, ohne Sauerstoff, ja, ohne Sauerstoffmaske. Ja, weil du dann oben einfach der, der Sauerstoff ausgeht, ja. Und so ist das auch schon bei 3000 Metern und, 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 äh, auch bei 2000, ab 2500 Metern merkst du schon richtig, ja, dass, äh, dass du mehr atmen musst. Und da musst du immer dran gewöhnen, weil der Körper, äh, das Training ist ja auch hart und du kannst auch überziehen. Also ich habe auch viele gesehen, die dann gesagt haben, jetzt rase ich da mal rum in dem Trainingslager, zeig mal den, den Bundestrainer oder wem auch immer, dass ich gut bin. Und dann kam der zurück und dann ging der zu Fuß, weil der Körper einfach zu überanstrengend war, ja. Das ist ja auch leicht, man kann, man kann natürlich auch leicht, äh, gerade bei, als Profi kann man, kann man sich auch überanstrengen, dass du sagst, ich bin extra fleißig, ich lasse wenig Pausen ran, ich trainiere wie so ein Bulle und wunderst dich, warum du nicht schnell fährst, ja. Das ist ja auch so eine, das ist ja auch so eine, so eine, ja, da musst du natürlich auch ein Umfeld haben, die das perfekt einschätzen kann, ja, die dir auch deine, deine Ruhephasen auch geben, ja, das ist auch wichtig. Aber, 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 aber deswegen kann die das schon und ich hatte mich immer nach diesen Trainingslagern, habe ich auch immer noch einen Leistungsschub gemerkt, ja. Also weil du einfach dich wohler fühlst, du hast dann einfach ein bisschen mehr Sauerstoff. Ein bisschen mehr Energie. Ja. Du hast ja erst erzählt, dass du in diesem, auch so Rückblick, den du jetzt in den letzten, ja, zwei Jahren vor allen Dingen, ne, so wie ich es verstanden habe, irgendwie vorzogen hast, hast du dich an diese Szene von deinem Papa erinnert, diese Motorradszene. Weißt du auch noch, wann es, wann es dieses Gespräch gab, also kannst du dich noch daran erinnern, in diesem, wir sitzen, da ist jetzt, ich stelle mir das so vor, da kommt jetzt Jan, da sitzt jetzt in einem Raum, da sitzen ein paar Leute rum und sagen, wie machen wir es jetzt mit dem nächsten Rennen? Und, also, weißt du noch den Moment, diesen Epo-Moment, diesen, ja, 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 natürlich weiß ich das noch, ja. Da kommen, da kommen natürlich aus deinem Team Vertraute, sehr Vertraute, also, erstmal ist es ja so, das muss man unbedingt noch dazu sagen, du kommst ja dann, du bist ja immer schon ganz, ganz stolz, dass du es in die Profiszene geschafft hast. Zu 100 Prozent, ja, das verstehe ich. Ich war damals sehr jung noch, also, ja, 20, glaube ich, ne, 20, 19, bin ich weltweit. Also, 20 bin ich nochmal im Weltmeistertrikot gefahren, bei der Amateurin, dann mit 21, 21, ja. Und dann bist du ja erst mal, oh, das sind ja die ganzen Top-Leute hier und meine, ja, meine Heroes, Olaf Ludwig und wie die alle hießen damals, ja, nur um einen zu nennen nochmal. Und das ist jetzt die Profiszene und dann bist du natürlich auch erst mal klein, ne, klein mit Hut und dann machst du sowieso was, was die dir sagen, ja. Aber das hat ja noch ein bisschen gedauert, im ersten Jahr war gar nichts und ich wusste auch nicht, das sprach sich auch nicht so rum irgendwie, da hast du gar nichts von Doping mitgekriegt, gar nichts. Weil wenn du durch die Dopingkontrolle kommst oder so, dann, und damals war das auch noch nicht so, noch nicht so extrem mit diesen Home-Kontrollen, ja, mit diesen unangekündigten Trainingskontrollen oder sowas. Also es gab es alles, gab es es schon, aber wenn du vielleicht mal ein oder zwei im Jahr hattest oder so, dann war das viel. Nachher, am Ende hatte ich teilweise im letzten Jahr, 2006, 2005 hatte ich, hatte ich 24, 25, 26, also knapp 30 unangekündigte Kontrollen. Was aber egal ist denn, wenn du, wenn so ein Teufelszeug wie Epo auf dem Markt ist, das man nicht kontrollieren kann. Ich lag jetzt mal drüber, aber das war, und, und, und das, und dann kommen die Argumente, dann, 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 dann hat man sich ja wahrscheinlich irgendwann entschieden, nachdem man so hinterher gefahren ist oder so. Also im Team auch? Ja, das ist ja, das ist ja auch bekannt. Also was ich hier nicht verstanden habe bei der ganzen, also ich gehe da mal ganz kurz, weil, also in meiner, also ich habe mir das so mal angeguckt und die Fahrer und so weiter, und wenn Fahrer darüber gesprochen haben, wenn sie es gestanden haben, oder auch, oder auch du jetzt in der Doku drüber redest, dann hört sich das immer so an, ja, ich habe das gekauft. Nein, nein, das stimmt, das ist ja, ja. Ja, aber, also es hört sich so, als würde jemand in der Doku drüber gehen. Ja, aber guck mal, aber die haben das gleiche, die haben das gleiche, alle haben das gleiche Handicap. Du willst ja auch keinen verraten, das sind ja deine Kollegen, du willst auch, ich, ich mache auch, das muss ich ganz klar sagen, ich mache auch den Ärzten überhaupt gar keinen, also ich, natürlich waren das auch, das sind ja so kleine, so wie ich auch, der, der Fahrer, nenne ich jetzt mal, alle Fahrer sind ja so eines der wichtigsten Rädchen im, im Getriebe. Weil die müssen es ja irgendwie machen, die müssen ja fleißig sein, die müssen ja ihr Leben unterordnen und müssen nachher irgendwie den Druck aushalten und alles, alles, die müssen es alle machen. Aber wenn du dann, wenn du dann nachher das Nestverschmutzer bist oder wenn du erwischt wirst, dann bist du auf einmal gar nichts mehr wert, dann lassen sie dich, dann fällst du so aus dem Getriebe raus. Und dann ersetzen sie dich einfach und show mask on, ja. Und ich habe das, ich habe das im Nachhinein, haben ja alle, alle aus der Zähne haben gewusst, dass das so eine Notlüge ist. Also die gesagt haben, ich habe es im Internet bestellt oder so, weil die, wir wussten es ja besser, ja. Aber im Nachhinein verstehe ich das voll. Weil ich habe ja das größte Problem, habe ich auch meinen Leuten gesagt, ich kann jetzt auch nach der langen Zeit, also ich, 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 das Einzige, was ich möchte, ist, dass die, dass die Leute von außen, solche Leute wie du, das vielleicht ein bisschen nachvollziehen können. Ja. Ob man eigentlich, man hat immer eine Chance, klar, das ist sowieso klar, man hat immer eine Chance, aber ob die Chance jetzt wirklich so groß war, wenn du deinen Sport weiterhin ausüben wolltest und auch eine faire Chance haben wolltest oder was du damals gemacht hättest oder was du selber gemacht hättest damals, ja. Die Frage ist also, hätte ich. Und, und, äh, man hat ja immer dann gesagt, und ich glaube auch, dass das ja jedem so ging, also jedem, jedem wurde das so erzählt und ich unterstelle das jetzt einfach mal, keiner wollte dopen. Da wollte keiner dopen, weil die sind alle als junge Sportler gekommen und waren, waren als Amateure, haben die noch nie eine Tablette gesehen, ja. Und dann kommen sie da hin und dann auf einmal, dann, dann kriegt man das so mit und, 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 und dann kommt auf einmal, dann, dann, dann wird das vielleicht erst in einem anderen Land publik, dann siehst du, wie die da rasen und dann fahren die wieder schnell und dann fahren die wieder schnell. Tom schnell und dann nur, nur noch du stehst, also nur noch du hast, fährst so im Mittelfeld, ja, aber hast auch, du weißt, du hast totale Top-Talente eingekauft und alles, ja. Und, 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 und irgendwann kriegt man das mal mit, ja, und, und, und dann, dann muss das Team, ich weiß auch nicht, wie das gegangen ist, ich hab, ich hab dann mit den Verantwortlichen jetzt auch nicht mehr drüber geredet. Also, das würde mich selbst mal interessieren, wann und wie das ins Team gekommen ist, beziehungsweise, was der ausschlaggebende Punkt war. Ja, und ich glaube, ich glaube, das, das war dann, äh, zu dem Zeitpunkt, wo Telekom es echt schwer hatte, in die Tour de France einzukommen. Also, da sind wir ja einmal, das war 95, da, da hab ich noch nichts mit, mit Doping oder so zu tun gehabt, äh, da haben wir nur so ein Mischteam gehabt. Ja, da waren wir alle schockiert im Team, warum jetzt das Telekom-Team jetzt nicht mehr bei der Tour de France zu, also, starten durfte, weil wir keine Ergebnisse hatten. Ja, muss man, muss man einfach so klar sagen. Und das sagen auch viele andere in meiner Doku, dass sie, oder nicht viele, aber einer sagt das, ich glaube, der Format sagt das, äh, da war der Sponsor schon ange, der Sponsor war schon angepisst. Wieso fahren, wir haben doch ein tolles Team und wir haben doch auch, wir geben auch viel Geld und so weiter und, und warum fahrt ihr da nur noch mit dem Mixteam und, und habt ihr überhaupt nächstes Jahr eine Chance und so weiter. Ja, und ich glaube, da kam das dann dieser, bin ich, bin ich mir fast, ne, sicher bin ich mir gar nicht, aber ich glaube, da wurde das dann im Team, äh, diskutiert. Ja, und dann wurde das jedem so verkauft und, äh, wenn du das dann weißt, das ist ja ein psychisches Drama, du hast jetzt, du bist ein Top-Moderator und einer ist genauso gut und du weißt aber, oder zehn sind genau ähnlich gut oder du bist vielleicht sogar ein bisschen besser. Ja, aber die haben irgendwas, was sie, was sie, was sie, was sie besser macht, was sie konzentrierter werden lässt und auf einmal hast du keine Chance mehr, weil die dann nur noch, da, es geht ja um die, um die Waffengleichheit, ja, und keiner möchte mit einem Messer zur, zur Schießerei kommen, das ist, ist einfach so und wenn du das auch noch weißt, weil im Radsport ist ja viel die Psyche, ja, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du dann wieder weißt, jetzt bin ich wieder auf dem gleichen Level, medizinisch und jetzt kommt wieder das Talent oder der Fleiß oder der, ja, und da kann ich, äh, jedenfalls, verstehen der das, also wirklich und, und die Ärzte haben das und, und ich, und ich hab das mit den Ärzten gesagt, weil, weil das sind, sind auch Top, Top Leute, also auch, auch total gute Leute gewesen und die haben dann irgendwann mal wahrscheinlich dann auch gesehen, dass man, dass das eigentlich eher ungesund ist, wenn du dich nicht medizinisch anpasst, weil du musst ja die Rennen trotzdem fahren und die Tour de France, es wird dann schwerer, wenn die anderen noch ein bisschen, äh, ein bisschen Turbo haben, ja, und dann, und dann musst du dich noch mehr quälen, das geht noch mehr auf, auf die menschliche, äh, Substanz. Ja, und hast du das erst? Und irgendwann, 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 äh, ich hab auch, ich hab im Nachhinein auch mit, mit vielen darüber geredet und, 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 und damals war das, damals wurden alle so ein bisschen geblendet, davon auch, glaube ich. Also geblendet heißt, ah, das, das, das machen wir jetzt auch mal, wir probieren das mal und dann, äh, das wird ja auch sowieso nie rauskommen, ist ja nicht, ist ja nicht, äh, da muss man halt ein bisschen aufpassen, dass die Sportler gesund sind, wir, wir, wir überwachen das lieber, besser, besser, wir überwachen das, als, als jeder dann selbst loszieht und, und irgendwo was hört und, und dann auf einmal, auf einmal kommen die, kommen die schlimmen Sachen dann rein, ja. Und, äh, und ich glaube, ich, ich persönlich denke, dass das so war, ja. Wann hast du das angefangen? 96. 96. Und das ist dann, du, also, du kriegst eine Spritze dann rein? Oder wie ist, oder ist das, ja? Äh, eine ganz kleine, wie eine Insulinspritze, eine ganz kleine Spritze, das ist ganz klein, ganz wenig Flüssigkeit und, äh, das ist natürlich auch nicht jedes, also, das ist auch nicht, das ist eine kurze, also, bei mir war es immer so, weil ich musste ja, äh, sagen wir mal, die Tour de France war ja, ich war dann im Team für die Tour de France, ja. Ja. Und, das war natürlich alles kontrolliert, ja, dass da auch nichts schief geht, ja. Und da fand ich schon gut, dass da, wo man sich dafür entschieden hat, dass da auch ein Fachmann raufguckt. Ja. Also, ich, ich wollte nix, ich bin, ich bin kein Arzt, sondern, ich wollte nix alleine da machen, ja. Abgefahren. Aber trotzdem, trotzdem bin ich nicht sauer, weil, weil, ich kann das vielleicht jetzt auch nicht so gut wiedergeben, aber es war ein Teufelskreis irgendwie, also, es war irgendwie, machst du mit, hast du die gleichen Chancen, hast du wieder Chancengleichheit zu den meisten, zu den meisten, nicht zu allen, aber, machst du nicht mit, kann sein, dass der Sponsor nächstes Jahr aufhört. Und du stehst auf der Straße und hast dein ganzes Leben lang praktisch, oder wurdest du denn von den anderen ja betrogen, wenn du nicht mit machst. Stimmt. Also, komischerweise gibt es, gab es ganz, ganz selten mal, also, also, dass ich, dass ich so ein bisschen damit recht habe, dass, dass es viele gemacht haben, das kam ja später auch mit ganz vielen Geständnissen in fast jedem Land oder so, ja. Und das ist ja, diese Gestände sind, sind ja dann auch nur, meines Erachtens nur die Spitze des Eisbergs, ja. Solange das nicht kontrolliert war damals, konnte man nicht kontrollieren, sondern mein Körper, wie so ein Körpereigenis gewirkt hat, solange konntest du da nichts machen, ja. Ja, und, äh, und die, die aufgeflogen sind, da, da, da kommst du wieder zum Thema, ja, wenn du dich erwischen lässt, da hast du halt Pech gehabt. Oder, aber ganz so kann es ja dann auch irgendwie nicht sein. Ich habe das, ich habe das auch immer so gedacht erst, ja. Scheiße, mein Arzt wurde dann irgendwie, der Fuentes wurde dann irgendwie erwischt. Mhm. Nicht mal ich, sondern der Fuentes. Und jetzt bin ich halt dran. Aber trotzdem kann ich, wie sollte ich das denn machen, das spielen ja ganz viele Faktoren, ne. Man sitzt auf einmal mit Anwälten, du hast nie was mit Anwälten zu tun gehabt, aber man sitzt mit Anwälten zusammen, Tag und Nacht, ja. Die gehen alle Verträge durch, die sagen, die Leute verstehen das einfach nicht. Das ist, die wissen gar nicht, was, was zum Beispiel der nachher so Eigenblut ist oder sowas. Oder, oder wenn du jetzt rausgehst, dann musst du, musst du das komplette Programm, um das Verständnis der Leute zu kriegen, musst du das komplette Programm präsentieren. Damit musst du aber dann, wie so ein Verräter, ja. Für die, für die. Und das, und das kam ja gar nicht in Frage. Also konnte ich auch nicht rausgehen. Ja, ich konnte, ich musste erst mal abwarten und dann haben die das, wenn du jetzt rausgehst, ist es wie so ein Selbstmordkommando. Also das ist, die schlachten dich und du bist dann alleine, deine ganzen, deine ganzen Erfolge werden nur deswegen wahrscheinlich dann, weil, weil du derjenige bist, der es jetzt alleine gemacht hat oder sowas. Oder die anderen betroffen. Also das war, das war eine ganz, 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 ganz schwierige Situation, wo wir natürlich in meinem kleinen Team alle Varianten durchgearbeitet haben. Also kleines Team, ist das dann Anwälte oder? Anwälte, mein damaliger Berater Wolfgang Strohmer natürlich, meine Frau und ein paar Leute, ja, einfach die Freunde noch dazu und so weiter. Und ich hatte, ich hatte ja, ich hatte auch kein, kein Team, was mich, das kam ja auch noch dazu, das Team hat mich dann einfach, bam, und dann war ich nur noch eine Nummer. Also die haben mich noch nicht mehr mehr angehört nach dem. Die haben mich noch freundlich entlassen aus der Tour. Ja, wir müssen dich ja aus deinem eigenen Schutz und so, aber wir gucken, du kommst dann, du kommst jetzt bald dann, da setzen wir uns mal an den Tisch und so in Bonn und dann bequatschen wir das mal, was da ist und wie wir rauskommen und so weiter. Das hat nie stattgefunden. Also es gibt, wenn man es versteht, es gibt quasi dieses große Team, das war dann Team Telekom, wo ganz viele verschiedene Fahrer drin waren, also wie so eine große Mannschaft. Und dann gab das aber eben deine eigene Mannschaft quasi. Ja, ich hatte einen Berater immer, also der immer die Verträge guckt und so weiter und weil das war ja, ist ja dann schon auch groß gewesen, also es musste ja auch eine Firma gegründet werden, alles, das war ja praktisch die ganzen Steuern und also du konntest nicht, ich habe mich ja, ich musste einen Berater haben, weil alleine hätte ich das nie geschafft. Also erst mal habe ich, bin ich da überhaupt kein Fachmann in solchen Sachen und das Training und alles war so aufwendig, du hast eigentlich die ganze Zeit natürlich auch, das war mir teilweise schon zu viel, wenn ich meine Erholungszeit, die total wichtig ist im Sport, im Hohlleistensport, wenn ich die dann so mit, ja mit so Sponsorterminen oder mit Autogrammstunden oder Presse Sachen, wenn ich die dann damit, nicht vergeude, sage ich jetzt überhaupt gar nicht, nicht vergeude, das ist das falsche Wort, sondern wenn ich Zeit damit verbringen musste, anstatt mich zu erholen, mal in die Sauna zu gehen, ordentlich zu schlafen, um dann diesen nächsten Step dann wieder zu machen, weil der Körper ist ja auch, das ist keine Maschine, weißt du, den musst du hart trainieren und dann aber auch wieder Luft dran lassen, hart trainieren, Luft dran lassen und so kann man sich dann Step bei Step, das Herz muss ja über viele Jahre wird das Herz dann auch größer und deine Luft, Lungen werden größer und bis die Organe aber wachsen, da gehört unglaublich viel, also unglaublich viel dazu, praktisch, du musst deine ganze Energie dafür nutzen und ich konnte mich nicht selber managen, das war viel zu groß, also viel zu groß. Diese, du hast erst von diesem Rucksack erzählt, der schwere, schwere Rucksack und da sind ja dann, also in jedem Rucksack sind ja ganz viele verschiedene Pakete drin und würdest, also du hast erst auch gesagt, eine Fehler gemacht und so und was würdest du sagen, wiegt in diesem Rucksack besonders schwer, also ist es das, ich habe da gedobt oder wir haben gedobt oder ist es, ich habe nichts gesagt, also was hat dich so gemacht? Ja, ja, das ist eine gute Frage, das ist eine gute Frage, also 25 Jahre später oder so, 20 Jahre später ist man immer ein bisschen schlauer, das ist falsch, jetzt nach so vielen Jahren drauf zu schauen, es hat alles, also das Schlimmste war eigentlich, dass ich, dass ich vorher in der Familie Radsport ein sehr angesehener und herzlicher und ich war einfach der Sohn, auch ein Sohn der Branche, ja, also das war meine Familie und der Herr hat sich über Nacht alles abgewandt, also als wenn du praktisch aus deiner Familie verbannt wirst, das war, das war, und irgendwie hast du dann noch gesagt, ja, aber ich schütze euch doch mit meinen, ich schütze euch ja auch, wenn ich dem nichts sage, ja, ich halte ihr dicht, vereinzelt war das dann mal, haben wir mal angerufen oder so, ganz vereinzelt, aber, aber zum Beispiel, ich nenne da mal ein Ding, was dann so richtig ins Herz trifft, ist so, äh, der Matthias Kessler, also ein Kollege und ein super guter Freund, der hat in der Tour, wo ich rausgenommen wurde, hatte der, äh, wunderbar, tolle vierte Etappe, es ging so, Der ist Fahrer gewesen? Der ist, der ist Profi gewesen, ja, bei mir im Team und gewinnt die vierte Etappe, ja, und, und das war ja alles noch so traurig, wo ich mich da verabschiedet habe bei allen, ja, und, und ich musste dann ja fliehen praktisch vor den Medien und hab denen alle ein Glück und dann sagt er so im Interview, erstmal war das total, ich hab mich so gefreut, wo ich das gesehen hab und alles, ja, also, weil, das ist ja dein, einer deiner besten Kumpels auch, ja, und so ein Etappensieg bei der Tour de France ist was ganz Großes und, 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 und der war viel Helfer und, und das, das war einfach genial, ja, ich hab mich total gefreut, es war so ein, so ein, so ein, so ein Lichtblick nach, nach dieser vier Tage, nachdem ich total zu Hause. Es war ein Lichtblick, dass er das gewonnen hat. Ja, weil ich, ich freu mich, ich freu mich natürlich auch für mein Team, für meine, für meine Freunde, für meine Fahrer, das ist was ganz Großes und, und dann hat er gesagt, äh, diesen Sieg widme ich, äh, mein Kapitän, der leider zu Hause sitzt und ich hoffe, das klärt sich dann alles demnächst auf, äh, widme ich Ulle, ja. Ne, ich bin dann auch super gefreut und so und toll und die haben mich nicht vergessen und, äh, es war ja auch noch kurz danach und abends ruft er mich an und sagt, ey Ulle, weißt du was, ich bin fast, ich muss fast nach Hause gehen, weil das Team kam, Teamchefin, der Chef kam zu mir hier und hat gesagt, wenn du einmal den, das, das Wort Jan-Ulrich oder Ulle irgendwas in den Mund nimmst, die nächsten Wochen fliegst du, gehen musst du auch nach Hause. Ja, und so, und so wurde es dann, und so wurde es in allen Branchen, ja, ich wurde, ich wurde wie so eine stinkende Socke oder noch schlimmer, und das tut natürlich weh und vor allen Dingen, weil ich ja, äh, ich hatte den Fehler mit Fuentes gemacht, also es war ein anderer Doktor, äh, 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 in Spanien. Ich wollte mich auch nicht, äh, selbst schon im Scheiterhaufen schleppen, ja, und dann da verbrannt werden, weil das hat gar nicht, ich brauchte einfach Zeit, ja, und alle haben das gesagt, das machst du nicht, das machst du nicht, sonst beraten wir dich nicht mehr weiter und so weiter. Und, äh, und außerdem war das ja sowieso für mich nicht, oder ich, oder ich konnte rausgehen, was sie mir empfohlen haben, ist wirklich so, geh raus und sag alles. Aber damit hingen so viele Leute dran und so viele Familien und so viele Existenzen, dass sie gesagt haben, das kann ich nicht, also lieber, lieber halte ich das dann aus. Ja, und ich wusste ja noch nicht, was das für mich, was das viele Jahre mit mir macht. Eigentlich das nicht sagen ist, also wenn ich das jetzt so höre, dann würde ich, also man kann es ja, wie gesagt, nicht ganz, aber dann würde ich sagen, das Schwerste in dem Rucksack ist eigentlich, dass du die, dass du es nicht, dass du es mit dir rum, dass du es nicht gesagt hast. Ja, ja, weil du ja, das wurde ja auch überhaupt nicht prämiert, also prämiert von der, von der, von der Radsportszene. Das ist, äh, du warst dann einfach, bumm, schon was gone. Ich verstehe das auch, auf einer Seite verstehe ich das, aber wenn du, wenn du derjenige bist, der, der aussortiert wird und als Einziger dann so rausfällst, obwohl du ja so viele Jahre auch, ja, ich, ich, ich sag jetzt einfach mal, für den Sport so viel gemacht hast. Jetzt würden andere wieder, andere sagen dann wahrscheinlich wieder, ja, aber du hast den Sport ja auch kaputt gemacht. Und da hast du ja immer die Stimmen, ja, aber, aber ganz ehrlich, ohne, ohne, dass, dass wir früher da so, also, so auch Risiken eingegangen sind, wird es auch keinen deutschen Tour de France-Sieger geben, muss man auch ganz klar mal sagen, ja. Das ist, dann wäre dieser, dieser deutsche Sommertraum, der wäre nie, nie, nie da gewesen. Ja, und, 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 und ich hab da, und ich glaube auch, da, da hab ich auch, für das, dass ich da Fehler macht hab und auch, hab ich auch gelitten. Ja, aber, aber trotzdem ist es ja jetzt so schlimm geworden vor fünf Jahren, dass ich mich fast selbst, selbst hingerichtet habe wieder. Ja, also es ist, mit, mit anderen Sachen war das dann irgendwie so, dass ich mich betäuben musste. Ja, das ist einfach so, ja, und das ist. Aber hast du nie gedacht? Und, 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 und dann, und dann kommst du dir so, ey, soll das denn, soll das jetzt mal wieder ein paar Jahre gut gehen, mit einem guten Umkreis, und dann holt mir das wieder irgendwie ein, oder, oder mach ich das jetzt einfach mal anders? Und das war der Entschluss, dass ich jetzt gesagt hab, und das ist natürlich auch immer ein großes Interesse gewesen, also es ist ja auch nicht so, dass, dass wir irgendwo anrufen mussten und dann, äh, sag mal, könnt ihr mal eine Doku über mich drehen oder so? Das Interesse besteht ja immer noch, ja, und, 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 äh, und so hab ich dann gesagt, ich kann ja jetzt keinen mehr irgendwie, äh, keinen mehr schädigen oder so, ja, nach so vielen Jahren, dann verfährt ja keiner mehr von damals. Aber warum hast du, also ich meine, das hab ich mich so grad ne... Das ist, das ist einfach eine Aufarbeitung für mich jetzt mal gewesen. Ne, das verstehe ich voll, aber dass du, also ich meine, du wirst, die stinkende Socke, ja, die du gerade benutzt hast, schönes Bild auf jeden Fall. Ähm, also, ähm, also ich, das ist ja sowas Ehrenhaftes zu sagen, okay, ich, 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 ich schütze diesen Raum, ich schütze auch mich natürlich und, und aber auch diesen Raum und dann aber dieser, dieser Raum hat, die schmeißt dich raus und, ähm, sagt noch so allen anderen, ey, wenn ihr nochmal den Namen in den Mund nehmt, dann... Ja, aber trotzdem sind ja deine Freunde nicht, die sagen, wir schmeißen dich raus, sondern das sind ja dann wieder diejenigen, die, äh, die das System ja sind. Wovor bist du am meisten an? Ich glaube, das ist ja, das fängt, das fängt ja nicht, äh, das ist ja auch mal ne gute Frage, wo ich nicht, wo ich gar nicht weiß, ist es dieser Leistungsdruck, ist es dieses, war es mal ganz zum Anfang, war es mal ein Arzt, der das irgendwie auf die, also irgendwo im Ausland, und wie, wie fing das an? War der Druck von den Sponsoren so groß? Äh, wollten die irgendwie mehr? Oder hat das die UCI mit ihrer Anti-Doping-Liste, die das dann, die das dann ja auch veröffentlichen, was da draufsteht und dann sagen aber gleichzeitig, ja, das ist aber, das ist aber, das ist aber wie ein Körpereignis, kann man nicht, haben die den Tipp gebracht, dass irgendwie ein Arzt dann auch immer raufgesprungen ist auf den, das ist ja immer die Frage, wo und wann und wie und wo und wer fing damit an? Ja, das wird ja niemals rauskommen. Aber, aber, äh, zu sagen jetzt, wenn du irgendwann ein paar Jahre später auf dem Zug aufspringst, du bist der alleinige Schuldige, das ist auch falsch. Auf jeden Fall. Wovor hattest du am meisten Angst? Also wenn ich mir vorstelle, du sitzt, ob das jetzt Malle ist oder wo du auch überall warst und du hast ja all die Jahre nix gesagt, warum, also wovor, was war deine größte Angst, die du hattest? Ja, nachher war ich, nachher war es, es ist ja auch immer so, das musst du, du musst ja, du hast ja viele Jahre dazwischen, wo, wo man mich komplett auch, ich bin ja komplett außer, außer, ich habe versucht, komplett außer Öffentlichkeit auch einfach mein Leben zu führen und, und mit meiner Familie. Und, äh, aber das, das ging natürlich auch nicht, ja. Und, und, und die größte, das war jetzt dann so von alleine, jetzt bin ich sowieso nicht mehr so stark wie früher, so kann ich das den Leuten überhaupt jetzt noch so erklären oder ist das jetzt schon viel zu spät und kann das gar keiner mehr verstehen oder schwächt das jetzt auch nochmal meine Erfolge? Da kommen ja ganz viele Sachen. Da kommen, und, und, und du beschäftigst dich einfach nicht, weil ich war dann auch nicht mehr stark genug. Ich war dann, ich war dann auch nicht mehr so, äh, und vielleicht, wenn zum Anfang das Team auf mich zu, oder das Team hätte mich jetzt mal, sag ich mal, eine Obligator-Sache, die hätten die Tour jetzt mal fahren lassen, und so vier, fünf Wochen später mit ein bisschen Abstand zur Tour, Mensch, Jan, komm doch mal nach Bonn, jetzt setzen wir uns mal zusammen, du warst ja schließlich jahrelang unser, unser bester Fährtestall, unser Kapitän, das hast du zumindest mal verdient, ja. Dass wir mal sagen, Grün, was da rauskommt, das kann ich dir vielleicht nicht versprechen, oder so. So, dann wäre er, dann hätte ich ja nicht nur, dann hätte ich ja natürlich da offen nicht nur Fuentes erzählen müssen, sondern alles, ja. Dann hätte alles passieren können. Also der Sponsor hätte gesagt, ja, weiß ich schon längst, vielleicht eine Theorie. Dann hätte er gesagt, was, was ist denn hier los? Dann hätten sich aber auch andere dazu äußern müssen, die es auch lange gewusst haben, die es auch, ja, die es auch jahrelang mitgemacht haben, oder was weiß ich was, also was wäre denn passiert? Dann wäre wahrscheinlich auch, irgendein Krisenstab hätte mir irgendwas vorgeschlagen. Und vielleicht mit dieser Lösung eine Halbwahrheit oder so, ich weiß es nicht, wie ich mich dann entschieden hätte, ganz ehrlich, ich weiß, aber ohne diesen starken Partner an deiner Seite, den ja andere durchaus hatten, also fast alle, ja, also das verstehe ich heute alles. Die haben sich dann auch einen Vorteil dadurch, durch ihr Geständnis und letztendlich sind die ja auch in ihrem Leben dann auch wieder weiter. Die haben ihren Rucksack abgeworfen, vielleicht auch nicht mehr der ganzen Wahrheit, aber ist egal im Nachhinein. Die haben ja das vorgeschlagen gekriegt, das war ein Krisenstab, das gibt es ja in jedem Konzern, an jedem, wenn du, und im Nachhinein, ich stand immer, immer, immer zwischen den Stühlen so, höre ich auf die, höre ich jetzt auf die, die es eigentlich wissen müssen. Die wussten es aber auch nicht, weil so einen Fall gab es ja noch nie. Ich stelle mir das wahnsinnig quälend vor. Also so eine Frage auch immer wieder sozusagen. Und das dann noch gemischt mit so, dir wird das Leben irgendwie weggerissen, dann sagst du dir, ja okay, ich habe jetzt so privat, jetzt bilde ich mal eine Familie, warte mal ein bisschen ab und so weiter. Dann war die Chance da, wo dann die ganzen ersten Sachen kamen, ja, diese ganzen Geständnisse und so, aber dann habe ich auch so gesagt, na, jetzt warte ich nochmal ein bisschen. Und irgendwie habe ich zu lange gewartet auch und, und irgendwie, ja, und ich bin ja, ich bin ja, das war jetzt überhaupt gar nicht einfach. Also ich habe dir erzählt, dass ich, wo ich darüber nachgedacht habe, das zu machen, so Panikattacken gekriegt habe. Das ist immer noch so ja in dir drin, oh, nicht, dass sich jetzt einer beleidigt dann fühlt oder sage ich da was Falsches oder sowas. Und du willst dich eher so immer noch, weißt du, das ist, das geht noch tiefer rein. Ich könnte da, ich könnte da noch tiefer reingehen. Das kommt wahrscheinlich auch aus der Kindheit, aber ich habe, ich habe mich immer, ich mache mich immer eher so kleiner, als ich, als ich eigentlich bin. Ja, und ich habe mich auch, um das zu machen, dass du dich mit Alkohol und Drogen hinrichtest fast, hast du auch nicht so eine eigene Liebe zu dir selber. Ja, du, 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 ich habe das auch nie so wirklich, so wirklich irgendwie als was ganz Besonderes gesehen, dass ich, dass ich so ein talentierter, erfolgreier Radprofi geworden bin. Und es war für mich immer, ja, du kannst es halt einfach, du kannst es einfach und du machst es einfach nur, was du kannst. Ja, das ist dann, du hast irgendwie Glück gehabt, dass du es kannst. Und du bist jetzt einer von, von, von so vielen Millionen, die das irgendwie durch viel Glück auch hingekriegt haben. Also ich habe da nie so irgendwie, ey, Ulle, hast du gut gemacht. Ich liebe dich selber, Mann, oder so, ja. Das bin ich, das bin ich nicht gewesen, ja. Und ich bin ja, und vielleicht habe ich das auch, das habe ich heute auch noch nicht. Also ich bin, ich bin zwar irgendwie doch ein bisschen stolz oder so über die, über die Sachen, aber, aber irgendwo auch ganz, ganz viel nicht, über ganz viel ist es nicht, ja. Welchen Blick hast du auf deine, also die Titel, also wenn du, ne, Tour de France Sieger, ist das etwas, wo du dir sagen kannst inzwischen, ja, also schlecht ist es nicht? Ja, natürlich, nee, natürlich, natürlich ist das was ganz, da ist, da ist ja auch, es hat ja, aber hat natürlich auch viel mit, mit Glück zu tun, ja. Mit ganz viel Glück. Also wenn der Trainer in dem Jugendbereich sagt, du machst jetzt auch Krafttraining, dann komme ich da oben gar nicht an. Dann habe ich nämlich irgendwie eine krumme, krumme, eine krumme Wirbelsäule. Ja, das war ich nicht. Und dann kommst du, das sind ja so viele Faktoren, ja. Aber irgendwie war ich der, der Auserwählte und mit allen Konsequenzen, ja. Und mittlerweile kann ich damit auch gut leben, bloß. Aber trotzdem, entweder hast du es, entweder, entweder hat, also Leute, Leute, die sich selbst total lieben, das sind ja auch so, manchmal so, das ist ja auch zu übertrieben, ja, die, die, die würden zum Beispiel nie, die würde es niemals passieren, dass sie mit Alkohol Probleme haben, weil dazu lieben sie sich zu sehr, um sich kaputt zu machen. Verstehst du, also das ist, zu viel ist es meines Erachtens nicht gut, aber ich habe da zu wenig von. Aber der Auserwählte. Ich bin schon stolz, ja, ja, ja. Aber der Auserwählte, das ist ja wirklich, also das Erste, ich habe dich gerade gefragt, zum Tour de France-Sieg. Und das Erste, was du sagst, na ja, ich hatte ja auch einen guten Trainer irgendwann mal in der DDR-Zeit. Nein, 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 ich habe gesagt, wie viele Faktoren da. Ja, es sind viele Faktoren. Ja, ja. Aber kannst du inzwischen sagen, es hat auch sehr viel mit mir zu tun? Natürlich bin ich darüber stolz, natürlich. Und auch, dass du auch das... Aber es wird dir ja auch, na ja, das ist ja, aber es ist natürlich auch angehaucht mit diesem ganzen Thema, Doping und so weiter, es ist natürlich, ja, das, man ist da schon stolz drauf, aber ich würde da jetzt nicht, ich bin da überhaupt gar keiner, der sich, der da jetzt jahrelang mit posten geht. Also ich bin jetzt der... Sondern ich freue mich, dass die Fans immer noch diese tollen Erinnerungen von damals haben, diese unwahrscheinlichen Kämpfe und dieser Boom, den man auch ausgelöst hat und was da in Deutschland auch entstanden ist. Das ist ja, da bin ich schon am stolzesten, wirklich, ich bin stolz, am stolzesten bin ich eigentlich so, dass viele Leute so zum Radfahren gefunden haben. Und ich habe dann auch sehr, sehr viel Fanpost gekriegt und da waren, da habe ich Rotz und Wasser geheult. Also wirklich, da waren so tolle Sachen dabei. Da haben sich Leute wirklich, weil sie das so toll fanden, wie man so kämpfen kann und so, die haben sich dann von ihrer Krebskrankheit rausgekämpft wieder und solche Sachen, also ganz, ganz, ganz tiefgründige und wo ich dann gesagt habe, boah, das habe ich jetzt ausgelöst. Das ist ja geil. So, das ist, also das ist wirklich geil. Und solche Sachen, das ist es dann, so weißt du. Oder auch, oder auch, es ist ja vieles über mich bekannt geworden und ich habe auch so viel Scheiße gebaut. Und trotzdem kriege ich so viele tolle Zuschriften immer noch über die, über die sozialen Medien und die Leute wollen einfach, irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute ist egal, sondern die wollen einfach, dass es mir auch gut geht. Die wollen, dass ich irgendwie glücklich werde und die wissen, dass dafür Sport ein großer Punkt ist und wenn ich dann auf dem Rad bin oder so und fahre da durch meine Gegend irgendwie, dann sind die, dann freuen sich die Leute und das nehme ich denen ja auch ab. Und so viele Leute, die ich auch immer noch anspreche natürlich und irgendwie, das ist so das Tolle, was mich auch so motiviert, dass die mir jetzt schon so viel verziehen haben. Also so und diese unglaublich vielen Hardcore-Fans oder Fans, sag ich jetzt mal, muss ich nicht Hardcore sein, sondern es sind auch viele, die die damalige Zeit natürlich miterlebt haben, die an der Strecke gestanden sind und so weiter. Und mich hat auch immer stolz gemacht, dass die Leute zu Scharen natürlich dann zu Tour de France gereist sind in ihrem Urlaub und so weiter. Also das ist Wahnsinn. Das sowas hat mich total stolz gemacht. Ich finde das total erstaunlich. Ich habe in der Beschäftigung mit dir habe ich dann so natürlich mal so Kommentare angeguckt und das ist Wahnsinn, mit wie viel Liebe und du auch. Das meine ich. Das ist auch in der, es gibt eine andere Doku, auch Being Jan Ulrich, was dort drunter steht. Ich kriege direkt eine Gänsehaut. Ja und dann denke ich mir manchmal in so schlechten Phasen, habe ich das überhaupt verdient und dann bin ich mal wieder gut drauf und sage ich, ja, wenn die Leute das so meinen, nach so vielen Jahren, ich meine, die wissen ja auch. Vielleicht kann ja irgendwas. Ja, aber so bin ich, also weißt du, ich habe ja natürlich in letzter Zeit, ich musste auch sagen, ich war früher schon stärker und auch natürlich viel mehr Selbstvertrauen gehabt. Ja klar. Das ist ganz klar, also das ist, dass über die ganzen vielen Jahre, wo ich auch, muss man auch ganz klar sagen, wo ich auch selbst schuld bin, dass ich nie wieder was gefunden habe, wo ich mich wieder so richtig reinhängen konnte. Oder wo vielleicht eine Ablenkung gewesen wäre, wo mir total, wo ich dann morgens aufwache und sage, das ist es jetzt, dafür gehe ich jetzt auch arbeiten und so weiter. Das habe ich gesucht, 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 aber irgendwie wahrscheinlich doch nicht mit der letzten Konsequenz und irgendwie habe ich es nicht gefunden. Und wenn du dann so viele Jahre, wenn du gewöhnt bist, viele Siege und so zu haben und viel Erfolg und dann hast du so ein, ich würde mal sagen, so ein normales Leben. Also normales Leben, ja, wo nicht gleich jeden Tag wieder ein Riesenerfolg kommt oder wo du alle, ja, wo du jedes Jahr sechsmal total stolz auf dich sein kannst oder so. Das hatte ich halt viele Jahre nicht. Ja gut, weil dir der Peak so hoch war. Ja, 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 das will ich damit sagen. Der Peak war so hoch und weil ich mich auch immer so ein bisschen, und da habe ich auch sehr viel Selbstvertrauen verloren. Und das versuche ich jetzt aber auch Step by Step wieder aufzubauen. Mit so Kleinigkeiten. Aber wenn du von so tief kommst, von so einer tiefen Rampe, dann geht es auch, dann helfen wirklich kleine Sachen auch. Vielleicht bin ich sogar sehr, sehr stolz, wenn wir das heute beendet haben. Und ich finde, das ist ein tolles Gespräch. Das macht mir jetzt schon Spaß irgendwie. Weil du schaffst es, obwohl wir es gar nicht kennen, du schaffst es, dass ich so plaudere, wo ich Angst hatte. Was soll ich denn überhaupt eine Stunde sagen jetzt hier? Aber das macht mir Spaß. Und vielleicht sage ich heute Abend, Mensch Ole, das hast du eigentlich ganz gut hingekriegt. Also ich sage das auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Das kann durchaus sein. Was würdest du selber sagen, also es gibt ja immer, also bei den Erfolgen, ich würde sagen, da steht einfach dieser Tour de France Sieg, der steht so da und so als der, die Siegertreppe ganz oben. Und du hast auch schon die Tiefpunkte. Wo hat es sich für dich am tiefsten angefühlt? Ganz klar 2018 da. Malle? Ja. Malle, Tischweiger, diese? Ja, diese ganze, also mich so selbst, das hat ja der Auslöser für dieses extreme, extreme, für diesen extremen Crash oder Absturz, war ja, war ja dann die Trennung meiner Frau und damit auch erst mal die Trennung meiner Kinder. So, das, das hatte, das war das Endergebnis. Das wird manchmal auch nicht so richtig dargestellt. Auch in der Doku kommt das, meines Erachtens nicht ganz so rüber. Da denkt man, das war so, wo die Kinder noch da gelebt haben. Da war das auch schon so schlimm, aber das stimmt ja nicht. Das war so ein, wo sie gegangen sind letztendlich, wo die, wo ich wirklich so gefühlt habe, wo ich, wo ich wusste, das weiß man irgendwie. Ich habe das nie gedacht, wann weiß man das jetzt, wenn es Schluss ist oder so, aber du fühlst das. Also das war so eiskalt auf einmal. Das ist, und da war dann auf einmal der Faden gerissen zwischen meiner Frau und mir. Und das war, das war, weil ich all dieses Alkohol, dieses immer wieder, also ich wollte dann nichts mehr trinken, habe ich auch viele, viele Monate geschafft und dann kam ich auch wieder so ein bisschen rein und dann dachte ich mir wieder in Mallorca, die Kinder sind in Deutschland, jetzt kann ich auch wieder was trinken. und so, also mit meinen Problemen so ein bisschen, das war ja, das war ja immer das falsche, der falsche Ansatz. Ich will, ich will mich da jetzt so ein bisschen, ja, ich muss das, muss das, diesen, diesen Herzschmerz, muss ich irgendwie ersaufen. Ja, so war das oft bei mir. Das war, ist halt, äh, und da bin ich, da bin ich total auch, äh, da bin ich, da habe ich, da habe ich versagt, vorhin gesagtens, ja. Aber auch versagt, weil ich auch, da war ich nicht, nicht, nicht stark genug einfach. Da muss man sich einfach auch eingestehen, dass man auch nicht immer, immer stark sein kann oder bei mir war das halt so. Also, und dann war ich total gelost. Also, wo meine Frau dann weg war, dann habe ich es mir voll gegeben, ja. Weil das war dann, das war dann richtig, da habe ich gedacht, jetzt ist auch mein, also das Letzte, was in meinem Herz noch drin ist, ist auch jetzt weg und gebrochen. Und das habe ich mir nie so vorstellen können, ja, dass es, dass es dann, dass es mal so weit kommt. Das, das waren zwar so ein paar Andeutungen, aber wir haben uns immer wieder als Familie, haben uns immer wieder zusammengeschweißt, ja. Aber dann war das dann weg und dann, und dann habe ich gar nicht mehr gedacht. Ich habe auch nicht gesagt, jetzt brauche ich mich mit Absicht oder so, gar nicht, das war ja nicht mit Absicht. Sie wollten mich nicht mit Absicht, äh, bis Exitus, also, ich hatte ja immer noch irgendwo eine Verantwortung, ich habe immer noch Kinder und das, das spielte im Hintergrund, aber es kommt man, man kann ja mit so, solchen Substanzen, die, der, der, der Sprudel oder der Strudel nach unten, der ist, der ist, äh, wenn man sich jahrelang vielleicht was aufbaut, das kann in wenigen Wochen, kann das komplett kaputt sein, ja. Und, äh, ja, das war so der, da habe ich mich auch dann so, so gelost gefühlt, also wo ich dann mal, wo ich dann mich entschieden hatte, wo ich dann alles, ich habe mich dann fürs Leben entschieden und habe mich dann so, äh, hab dann alles aufgehört und wenn du dann wieder, wieder nüchtern wirst, oh, scheiße, ey, was hast du denn jetzt wieder gemacht? Also, da willst du ja erstmal aus Scham irgendwo auch in, äh, da schämt man sich ja vor allem, dann denkst du, oh, jetzt hat der, jetzt hat die Oma mich so angeguckt im Supermarkt, die, 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 jetzt gehe ich mal lieber schnell nach Hause, bevor die mich nur anattackiert oder so. Nee, aber das, da redet man sich so viel selber ein, weil, weil man hat sich, man hat einfach, einfach verloren dann, man hat sich selbst verloren, ja. Und da war ich total selbst verloren, das war ich, äh, weil meine Frau hat natürlich auch sehr, sehr viel in unserer Ehe gemacht, wir hatten auch so Arbeitsteilung und, äh, da blieb ja alles liegen, das ganze Büro, was sie immer gemacht hatte und, und die Bankgeschäfte und, und alles, hab ich komplett zerstört in dieser kurzen Zeit. Ja, weil ich dann alle Posten liegen lassen hab, wichtige Sachen, Dokumente, ich hab auch, ich hab gar keinen mehr, äh, ich konnte mich auf gar keinen mehr konzentrieren, das, was so wichtig fürs Leben ist, ja. Und dass das so schnell ging, hatte ich auch nicht gedacht, aber, äh, danach war halt, ja, danach war wie so ein, wie so eine Neugeburt ist das ja denn. Aber die fängt ja nicht so schön an, ja, wie als Baby, sondern die fängt erst mal an. Scheiße, Mann. Hast du es dir wieder, hast du es dir wirklich so schwer machen müssen, also wirklich bis, also mehr ging nicht. Mehr, 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 mehr ging nicht. Also ich glaub, mit dem Tursieg und so, da war ich ganz oben irgendwie und da war ich so tief, wie es Menschen aushält, glaub ich. Also viel mehr ging nicht. Und der, und da, jetzt, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen stolz, dass ich jetzt so wieder so ein bisschen hochgeklettert bin und jetzt wieder so, ja, dass ich jetzt so ein bisschen, doch, doch so ein bisschen meine Mitte gefunden hab. Dein Bruder sagt was in der Doku, der sagt ja, dass du nicht, in der Zeit warst du nicht der, der du warst. Nee, 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 nee. Weißt du, wer du warst in dem Moment? Ich war das, war das alles, was, ich war das Tier in mir, würde ich sagen, das Tier. Man spricht da teilweise auch so wie ein Tier. Also weißt du, so dunkel. Ja, ich hab das so in diese, diese Handyaufnahmen, die es von dir da gibt. Ja, das hab ich dann auch im Nachhinein erst gesehen. Und dann denkst du, Alter, was ist das denn? Also das geht ja gar nicht. Also das ist ja, das macht ja mit dir, vor allem die Kombination, ich hab ja dann sehr, sehr hart, nur ich hab dann nur noch Whisky getrunken. Das hab ich vorher nicht gemacht. Sonst war ich ein totaler Weintrinker nur. Mit Wein kann man sich gar nicht so abfüllen. Also so, so, so extrem. Und wenn dennoch so reines Kokain dazu kommt, das, das, das muss ja was machen. Also das ist ja, und vor allen Dingen über mehrere Wochen. Ja, und, und, nein, da kann man sich, also Finger weg von diesen ganzen Sachen, kann ich jetzt nur sagen im Nachhinein, ja. Weil das macht, auch wenn du dir so viele Jahre was Tolles aufgebaut hast, das ist in wenigen Wochen verschwunden. Das ist verschwunden, das zählt einfach dann auch nicht mehr. Dann fängt man wieder von, wenn, wenn man es schafft, wenn man es schafft, da überhaupt rauszukommen. Ja. Und, äh, Gott sei Dank war ich dann noch so, war ich dann noch so irgendwie am Leben interessiert, dass ich das, äh, dass ich den Klick gemacht habe. Ich will das schaffen und dann brauchte ich Hilfe. Ja. Also alleine kommst du dann ja nicht mehr raus. Also wenn du da keine guten Freunde hast oder so, wenn du da nicht, äh, ein Umfeld dann wieder hast, wo, wo es wirklich ehrlich mit dir meint, also wo wirklich sagt, wenn du jetzt wieder, wenn du das wirklich willst, äh, dann helfen wir dir. Und, äh, das hatte ich Gott sei Dank. Ja. Und, äh, du bist ja im Grunde zwei, du hast ja zwei Familien verloren, ne? Diese Fahrrad, diese Ursprung, diese Fahrradfamilie und dann auch die eigene. Das ist, aber die habe ich nicht ganz verloren. Also die, die Kinder habe ich ja nicht ganz verloren. Mittlerweile ist meine Ex-Frau, äh, wirklich meine, mit meiner besten Freundin oder so. Das sagt sie auch. Und wir haben total guten Kontakt. Und irgendwie, irgendwie denke ich mir auch immer, dass ich, ich bin ja mehr, also ich bin ja mehr so ein, so ein, so ein, so ein Herzensmensch als, als ein Kopfmensch. Also so, am liebsten habe ich gerne, wenn mein Herz spricht, ja, also am liebsten habe ich das gerne und das, das tut mir auch am besten irgendwie. Und das haben die, Gott sei Dank, nie vergessen. Und meine Frau hat brutal viel durchgemacht und hat das aber dann trotzdem nicht vergessen, weil wenn ich da, wo ich dann wieder da war, ohne Substanzen, wo ich dann wieder, der Jan-Ulrich eigentlich der war, der nette, nette, herzliche Mensch irgendwie. Und, äh, der ja auch viel, der natürlich auch viel für die Familie getan hat. Also ich spreche da jetzt ja von diesem Abstoß, spreche ich ja von, von einigen Wochen. Oder sag ich mal, von drei Monaten. Also drei Monate. Davor war auch immer mal wieder mit Alkohol und so weiter. Und, äh, aber das waren, das waren schon Phasen so, aber das war dann, das war dann zu viel einfach, ja, oder das war, das war das Endresultat von dieser Trennung dann. Da ist bei mir alles explodiert und die, die Sicherungen sind durchgebrannt. Ja, und, äh, und vielleicht braucht ihr das jetzt auch mal, um, um, um mal richtig aufzuwachen dann auch. Wie fühlt sich? Weil man kann sich natürlich auch als Tour de France-Sieger, als, als Radprobi, man kann sich schinden ohne Ende. Also bis dir schwarz war, bis du, bis du Engel siehst, ja. Und, und was ich alles riskiert habe in meinem Leben auch, mit Fieber gefahren und mit Grippe und, und was ich, also, und was du sowieso, also das, das würde jetzt als, der Radprobi schon als Normalität, aber wenn du auf die Straße gehst, ungeschützt, äh, selbst beim Training, du fährst im Straßenverkehr, es kann immer was passieren, bei jedem Wetter, du kannst, da sind ja auch viele schon, viele sind ja auch schon unter das Auto oder, oder Unfall gehabt, wo, wo, wo dann entweder gestorben sind oder, oder auch im Rennen, das Schlimmste ist dann, du stirbst im Rennen irgendwie und du fährst da hin und hast eine Familie zu Hause und kommst nicht mehr wieder, aber das ist ja, das sind die Risiken, die sich jeder, jeder Radprofi ja, weiß ich nicht, ob es bewusst ist, aber, aber ausliefert. Ich habe das so gesehen in der Doku, ich meine, das war mir, jetzt, wenn du durch Berlin fährst oder auch hier guckst, dann haben alle einen Fahrradhelm auf, im, ich fahre 15 kmh in der Straße, zum Einkauf. Gott sei Dank. Und, aber wenn ich so diese Tour de France Videos gesehen habe, also, was ihr da durchgepisst seid, ohne Helm. Ja, aber das ist ja auch wieder so eine, das ist ja, was ich meine, so eine, so eine Massen, wenn, wenn, das war dann so, auch jeder Jungprofi ist dann hochgekommen, als Amateur musste man einen Helm aufhaben oder zumindest so eine, so eine Sturzkappe, da musste so einen Schutz haben und dann warst du Profi, dann warst du in der obersten Liga und die können selbst entscheiden auf sie. Und dann auf einmal warst du cool, wenn du keine, das ist total, also heute, unvorstellbar. Unvorstellbar. Wie sich Gott sei Dank auch, die Zeit dann Gott sei Dank auch verändert hat. Ja, und, 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 und wie das auch, nicht nur mit dem Helm, sondern auch das Thema Doping hat sich ja, die neue Generation, also, weil wir damals so viel Scheiße gebaut haben und ich war auch dabei, bei dieser Scheiße, haben sie heute besser. Ja. Und das, das sage ich aus Überzeugung. Ja, weil ich wäre, ganz ehrlich, ich wäre auch am liebsten, hätte ich niemals gedopt und hätte mein Talent so, wenn, wenn alle Doping frei gefahren wären und jetzt hätte es von vornherein die gleichen, die gleichen Chancen gehabt und die gleichen Waffen praktisch, dann, dann, dann macht dann, dann, das hätte ich gerne mal gehabt. Ich glaube persönlich, dass ich ein sehr guter Profi und auch erfolgreicher Profi geworden wäre. Bin mir total sicher. Das bin ich überzeugt davon. Aber, aber das, aber nicht nur der Helm hat sich verbessert, sondern, äh, auch der, auch der Radsport. Ja, die haben, äh, dadurch viel härtere Strafen, die haben, äh, viel früher Kontrollsysteme. Mit dem Blut haben sie es, also, erst mal kommt man Doping, äh, erst mal kommt man dann, äh, diese Substanzen, hat man, hat man einen Test gehabt, dann fielen die natürlich weg. Dann gab es ja mit dem Blut, Eigenblut, abgeben und dann irgendwann wieder geben, dass du dann auch wieder mehr rote Blutkörperchen hast. Das haben sie dann irgendwann, das haben sie auch nicht in den Griff gekriegt, nach unserer, nach unserer Katastrophe damals, also nach diesem Vor-End-Skandal, war das noch nicht weg. Sondern das ist erst weggegangen, wo die Kontrollen, wo so ein Blutpass eingeführt wurde, wo man dann an den Parametern des Blutes, des Blutes, genau sehen kann, ob du einen Blutbeutel gemacht hast, oder, oder ob du irgendwas gemacht hast. Ja. Aber da kam ein Test. Ja, du musst ja die, du musst, du musst einen Test haben, du musst einen Test haben, weil natürlich gibt es immer wieder, immer wieder auch Fahrer, die dann unbedingt so gewinnen wollen, wenn es da keinen Test gibt, dann probieren die es aus. Also, wenn es irgendwas gibt, dann, dann, dann wird es auch ausprobiert. Und deswegen ist es meines Erachtens immer ganz wichtig, dass die UCI und, und auch der Weltverband, der jetzt auch viel stärker ist wie früher, früher war das, für diesen tollen, großen Sport, war das, hatten wir wirklich einen schwachen Verband, muss man ganz, ganz klar sagen. Und heute ist man da viel schneller, heute hat man viel mehr Geld zur Verfügung und heute sind das Kontrollsystem fast, fast, lupenrein, also so Lückenrein, Lücken, wie heißt das? Lupenrein schon. du hast sehr, sehr viele Tests, du hast, das ist natürlich für die Fahrer jetzt unangenehme, aber, aber eigentlich macht es diesen Wettbewerb, medizinischen Wettbewerb, macht es total fair. Und ich bin überzeugt davon, dass es bedeutend besser ist heute. Was dir ja so attestiert wurde, ist mir total hängen geblieben in der Doku und jetzt kam der jetzt auch während unseres Gesprächs immer wieder hoch, er hat eine unglaubliche Fähigkeit zum Leiden, er hat eine Leidensfähigkeit und ich habe so gedacht, ist das eigentlich noch eine Auszeichnung in deinem Fall? Also dass du, du hast ja wirklich, du hast ja gelitten, um hochzukommen und hast auch wahnsinnig gelitten im Runtergehen und diese Leidensfähigkeit hat zum einen und zum anderen geführt eigentlich. Ja, aber wenn ich was von was überzeugt bin, dann kann ich das auch total durchziehen. Das sagen alle um mich rum. Also zum Beispiel, das ganz leichte Beispiel, ich habe ja massenhaft geraucht. Es gibt ja diese genialen Bilder, wo du vier Zigaretten mehr machst. Das ist mir so peinlich. Aber es ist ein gutes Bild. Aber da habe ich das Maximal, was ein Mensch rauchen kann, also ich bin mit Sicherheit Weltmeister im Rauchen und das ist jetzt nur ein Witz, da bin ich nicht stolz drauf. Aber das habe ich dann von einem auf den anderen abgestellt einfach, weil ich dann gesagt habe, nee, das ist es jetzt auch nicht mehr. Also das war jetzt mit diesem ganzen Alkohol und mit den Drogen, das gehörte jetzt irgendwie dazu für mich und das habe ich nach oben komplett aus, also ich habe ja, ich will das gar nicht sagen, das ist erschreckend, aber also sieben bis neunhundert Zigaretten an einem Tag mal geraucht. Weiß ich, wie ich noch lebe überhaupt. Siebenhundert bis neunhundert Zigaretten, hast du die gezählt oder noch? Die wurde mir sogar erst präsentiert, da habe ich dann so neun, da kann man das nicht erzählen? Jetzt hast du mich. Ich habe dann ja immer gesagt, so eine Zigarette habe ich ja mit einem Zug, einem Luftzug, weil ich habe ja nicht so gezogen, sondern ich habe mir die Lunge gezogen. Du hast einen, Moment, ganz kurz, du hast eine, du hast die Zigarette so. Ja, dann war die, manchmal, das sind Sachen passiert, das ist einfach total krass. Jedenfalls, dann habe ich mir die bündeln lassen, dass das so neuner Zigaretten waren mit so einem Gummi drum, also neun Zigaretten, das wird dann so ein richtig schöner Ring. Und dann kann man so ein Gummi drum machen, da wo der Filter ist. Und dann habe ich mir die mal auflisten lassen. Ich hatte so einen ganz großen Tisch, der war voller dieser neuner Päckel, also diese, da habe ich gesagt, so als habe ich 24 Stunden Zeit und die zauern. Und irgendwie nach, nach 16 oder 17 oder 18 Stunden waren die weg. Dann habe ich die fertig geraucht. Ich weiß nicht, wie das geht. Also ich weiß auch nicht, wie das gegangen ist. Das weiß ich nicht. Das ist irgendwie total Quatsch. Aber du hast so, um nochmal auf ein Thema zurückzukommen, du hast recht, also wenn ich, ich kann schon leiden, aber ich habe die letzten Jahre zu viel gelitten meines Erachtens, also auch aus Eigenverschulden in negativen Sachen. Ja klar. Also auf jeden Fall, ja klar. Und ich glaube, das ist ja jetzt irgendwie so diese ... Und jetzt versuche ich, und das ist eigentlich so, das Endergebnis zu deiner allerersten Frage, warum, warum machst du das jetzt? Und so weiter. Und das, das versuche ich jetzt so. Ich glaube, ich glaube, das kann man mir auch, das kannst du mir, glaube ich, auch anerkennen, das ist wie so eine Erleichterung, wenn ich darüber spreche. Ja. Das ist alles unverarbeitet in mir drin, irgendwie. Und irgendwie habe ich da auch, ich habe da auch ein bisschen, ich habe da auch irgendwie in meinem Leben jetzt noch ein bisschen Glück verdient, jetzt werde ich 50, dass ich irgendwie glücklich werde. Also nicht Glück verdienen, sondern dass ich glücklich werde. Und ich brauche gar nicht so viel dafür. Also ich brauche gar nicht ... Was brauchst du? Materiell brauche ich fast gar nichts. Also materiell Geld zu haben, ist sehr, sehr, sehr total wichtig. Klar, aber Geld alleine macht auch nicht glücklich. Also das ist nicht nur so ein Spruch, sondern ich brauche gar nicht so viel, also an materiellen Sachen. Und ich brauche Gesundheit natürlich, aber in erster Linie meine Kinder. Dann die Bewegung. Ich fahre wieder unglaublich, nicht mehr viel, aber ich fahre unglaublich gerne Rad. Weil das einfach ein toller Sport ist auch. Ich verfolge das ja auch als Fan. Ich bin ein totaler Fan geworden. Ich liebe diesen Sport einfach. Und letztendlich brauche ich einen ganz liebevollen Partner, den ich auch habe. Ich habe da sehr viel Glück auch gehabt, in dieser Phase auch noch einen Partner zu finden, der auch so ein Riesenherz hat. Also ich brauche irgendwie jemanden um mich herum, der herzlich einfach ist. Also der dein Herz, was du auch hast. Der nicht so das Materielle so sieht, sondern eher so, ja genau, eher so dieses, der auch beliebt bei den Kindern ist. Sondern die Kinder sind ja geradlinig. Wenn die dich nicht lieben, dann sagen die das auch, ja. Meine Kinder mögen und lieben die einfach auch. Und die ist auch, und alle drei, also alle meine, die drei Frauen, die langjährige Beziehung, die ich hatte von meiner ersten Partnerin Gabi, mit der ich ja die Tochter habe, Sarah Maria, die mittlerweile auch schon 20 ist, da sieht man, wie alt man geworden ist, die ist auch befreundet mit jedem. Ja, das ist so eine, die ist auch Patentante zum Beispiel von zwei der Söhne. Und jetzt kommt noch meine dritte Partnerin dazu, die ist auch total, die ist auch integriert in die Familie, das mag ich einfach so. Ich mag so Harmonie irgendwie, ja. Wie schön. Das hört sich schön an. Naja, aber es ist ja so, so einen Flickenteppich zu haben, das ist natürlich... Nein, ich bin total, ich mag überhaupt gar nicht so Fights oder so. Ich mag Harmonie. Und das tut mir irgendwie gut, meine Seele tut mir das gut irgendwie. Du hast dich bei diesen Fahrradfahrten, das habe ich ein paar Mal gesehen, dann in dieser Doku auch, du hast dich am Anfang bekreuzigt. Ja, ich bin sehr gläubig. Bist du gläubig? Ja. Was hast du von Gottes Bild? Meinen eigenen. Ich bin ja keiner Religion oder sowas. Also ich habe mir über die ganz vielen Jahre schon als Kind habe ich so gespürt, da ist irgendwas. Da ist jemand, der, auch wenn du an den glaubst, der kann dir weiterhelfen. Nur der Glaube alleine schon. Und dann habe ich mir aus vielen Religionen das Beste rausgenommen. Und dann habe ich so meine... Ich bete jeden Tag. Jeden Tag bete ich. Aber nur mein Gebet. Das hat überhaupt gar nichts mit irgendeinem Gebet aus dem Gebetsbuch zu tun, sondern ich glaube einfach an Gott, an was, was dir auch... Wenn du ein guter Mensch bist, kommt es auch irgendwie wie ein Bumerang zurück. Und wenn du scheiße bist, was ich auch war, mit den ganzen Drogen und so weiter, und da bin ich auch so ein richtiges... Ja, richtig wahrscheinlich Kacke gewesen. Um das mal... Da kam das dann auch so zurück. Und das, was du ausstrahlst, so als Magnet, das kommt, glaube ich, auch dann irgendwie wieder zurück. Und deswegen versuche ich auch immer, auch wenn es nicht immer leicht fällt, aber ich versuche immer irgendwie fair zu sein und versuche immer mit dem Herz auch mit zu entscheiden und so. Und irgendwie auch, auch wenn ich mal mit jemandem im Clinch war. Aber so Hass kenne ich nicht. Also Hass kenne ich nicht und ich kenne auch kein Neid. Habe ich noch nie gekannt. Das ist immer schon sehr, sehr gut. Ja, voll. Und ich gönne das jedem. Und irgendwie... Und selbst wenn ich mal richtig sauer auf jemanden war, das ist dann nach... Je nach Sauer... Also je nach Sauerheitsgrad... Je nach Sauerheitsgrad... Je nach Sauerheitsgrad... Ist es dann nach so und so langer Zeit, sag ich, ich muss mit dem wieder irgendwie in Frieden kommen oder ich habe jetzt den Frieden mit dem geschlossen wieder. Und das ist irgendwie... Wenn ich so durchkomme, dann bin ich total zufrieden irgendwie. Was wünschst du dir für die... Na ja, jetzt wirst du ja bald 50. Und wenn man das mal so in der... Jetzt habe ich ja auch alles jetzt erst gelandet in den letzten Wochen in Etappen denkt. Was wünschst du dir für diese nächste Etappe? Also jetzt auch, wenn man jetzt auch guckt, jetzt kommt diese Doku raus. Jetzt merkt man ja auch hier, du redest so offen wie noch nie. Und was... Nein, ich wünsche mir... Also was jetzt schon passiert ist mit mir, ist, ich fühle tatsächlich eine Erleichterung. Dieser Rucksack ist leichter geworden. Ja, weil ich das mit mir verarbeitet habe. Das war total schwer. Aber das wird... Jedes Wort, was man so ausspricht, das fühlt sich irgendwie leichter als so. Weil man... Also ich weiß gar nicht, wie man das... Ja. Und ich hoffe, ich hoffe, ich will auch gar nicht, dass man irgendwie was mir verzeiht oder sowas, sondern dass die Leute sich vielleicht in die damalige Zeit so ein bisschen selbst reinversetzen und dann was hätte... Und sich selber so fragt, was hätte ich dann damals so gemacht? Hätte ich das komplett anders gemacht oder... So und wenn ich das erreicht, mit dieser Sache erreicht habe vielleicht, dann bin ich schon... Dann kann ich schon mehr zufrieden sein. Und dann geht es weiter. Und dann habe ich Energie. Ich bin motiviert. Auch wenn mehr weh tut als mit 25. Nicht nur Radfahren, sondern ich bin... Ich habe durch die Doku jetzt, die ja jetzt fast zwei Jahre gedauert hat, weil wir... Ja, weil es auch so viel dauert. Also die haben ja... Du musst ja auch dazu sagen, dass eine Doku, die... Ich weiß nicht, ich sage jetzt mal, die hat ein 100 Stunden Material. Das muss dann irgendwie auf dreieinhalb Stunden oder knappe vier Stunden runterschneiden. Das ist auch eine Schneiderei. Und das hat auch lange gedauert natürlich. Aber da haben wir auch sehr viel blockiert. Also wir haben sehr viel zurückgehalten. Gute Ideen auch, die wir hatten, die wir jetzt schon hatten. Und vielleicht können wir die ja umsetzen oder zumindest mal probieren, umzusetzen. Noch neue Sachen. Ja, da sind interessante Sachen dabei. Aber ich will mich auch nicht... Ich will mich auch bewusst nicht überfordern. Also das ist jetzt wieder so... Ich kenne mich ja. Ich habe auch meine Werkzeuge. Ich kann auch dann total euphorisch wieder sein und dann schlafe ich nicht mehr. Und das will ich auch nicht. Sondern das ist einfach... Es soll Spaß machen. Und man soll sich auch irgendwie gebraucht fühlen. Und vielleicht kann ich ja... Ich glaube, dass solche Leute wie ich, die alles gesehen haben, die auch grobe Fehler gemacht haben, die können vielleicht sogar jüngeren Kindern oder auch jüngeren, die das Gleiche irgendwie in die gleiche Tendenz gehen, zum Beispiel mit Alkohol und Drogen, vielleicht kann ich da auch irgendwie was helfen. Vielleicht kann ich aus meinen Erinnerungen oder aus meinem Erfahrungsschatz dann irgendwie auch Leute motivieren. Das würde mir zum Beispiel total Spaß machen, wenn ich durch meine Lebensgeschichte jemanden motivieren könnte. Das hast du auf jeden Fall schon. Hast du dir selbst verziehen? Ja. Schön. Weil ich ja verstanden habe, dass ein Mensch auch da ist, um Fehler zu machen. Und es ist deine Vergangenheit und jetzt ist es an dir selber in der Gegenwart und auch in der Zukunft zu leben. Und ich glaube, da werden auch immer wieder Fehler passieren, aber ich hoffe nicht mehr so ein Extrem. Das hoffe ich auch. Und nicht mehr die Gleichen. Und ich glaube, es hilft schon viel, wenn man die Substanzen weglässt. Weil dann kann das... Es ist mir alles... Da muss man auch noch was dazu sagen. Auch die Autounfälle und alles, was mir an Fehlern passiert ist, hat immer irgendwas mit einem Schluck oder mit mehr Alkohol zu tun gehabt. Auch der Schritt zu den Drogen. Ich glaube nicht, dass man den so frei entscheidet, wenn man nüchtern ist. Das kann ich mir weniger vorstellen. Es hat immer irgendwas mit dieser... Diese Schwelle, die man hat dann irgendwie... Irgendwann ist es in der Birne. Irgendwann kann man nicht mehr richtig denken. Und dann passieren zum Beispiel Autounfälle oder irgendwas. Oder der Schritt zu den Drogen ist leichter. Wenn man das schon mal weglässt, dann kann schon mal, glaube ich, nicht so viel passieren. Sehr gut. Ich würde so langsam unser Gespräch enden. Ich habe... Fürs Ende habe ich meistens immer so drei schnellere Fragen. Wenn du noch Lust hast, die noch zu beantworten, freue ich mich. Ich probiere es jetzt mal. Ich probiere mal. Probier mal. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Tatsächlich nur Englisch. Ja? Ja. Und das stört mich brutal. Da denke ich mir immer, ich habe Alzheimer. Was ich so vergesse. Und ich spreche ja zu Hause. Also jetzt meine Freunde lernen ja zu Deutsch. Aber wir sprechen halt Englisch aus. Aber so ganz einfaches Englisch. Also keins, keins, was man als Kind gelernt hat in den Schulhäusern. Wir können uns unterhalten und kann auch alles verstehen und so weiter. Und mit Hand und Fuß dann, wenn man so richtig tief reingeht. Aber es fehlt. Deswegen habe ich wirklich noch mal Englischstunden und Englischunterricht. Und da fühle ich mich so dumm. Also wirklich. Aber man muss da immer dranbleiben, damit es besser wird. Was möchtest du gewesen sein? Was möchte ich gewesen sein? Am liebsten glücklicher Mensch. Und die letzte Frage, ist immer die letzte Frage, ist eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Und du darfst, Imagination ist gefragt, du darfst draufschreiben, was für alle Berliner, Berlinerinnen und alle, die da vorbeikommen, zu lesen sein wird. Was würdest du auf diese Plakate sprechen? Es wird friedlich und miteinander und geht gut miteinander um. Sehr gut. Das finde ich immer, das hatten wir vorhin auch schon mal kurz, mit diesen Nachbarstreiten. Ich verstehe das nicht, dass die Leute so streiten. Immer so viel streiten. Ja, das ist auch schön, darüber habe ich neulich nachgedacht, viele Menschen suchen nach so einer Balance und ich glaube eigentlich, dass es vielleicht schöner ist, wenn wir nach Harmonie suchen. Ja, und auch dieser nötige Respekt. Dieser nötige Respekt und auch das Friedliche, einfach das Freundliche miteinander. Das fängt man beim Hallo und Guten Tag und Danke und Bitte an und hat ja Open End. Absolut. Kann ich dir zum Schluss noch erzählen, ich mache auch Sport, wie man sehen kann sicherlich und mein Sporttrainer, ich habe ihm erzählt, dass ich dich treffe und er meinte, ja, ich habe vor vielen Jahren, erzählt er, auf Malle gearbeitet, in einem Hotel und da warst du auch öfters da mit verschiedenen anderen Radsportlern und auch Umfeld und er meinte, ja, aber ey, der war immer freundlich und nett und alle anderen, das waren schon teilweise richtige Arschgeigen, aber der Ulle, der war immer, immer nett. Ja, aber das muss man sich ja, das ist mein großes Glück, dass man, ich habe auch immer gesagt, ich bin ja Sportler geworden und weil ich keinen Schauspieler oder irgendwas spielen möchte und das ist so, das Leichteste ist ja so zu sein, wie man ist, wenn man sich nicht verbiegen muss oder wenn man, auch das Schönste ist wirklich, das Schönste und das Glücklich, was hier entsteht, entsteht, dass das so rauskommt. Das ist nicht immer gut. Deswegen muss man erst mal hier so ein bisschen durch und dann, aber ja, das habe ich, das habe ich Gott sei Dank so irgendwie in mir. Ey, vielen herzlichen Dank, dass ich in dein Herz heute ein bisschen kommen durfte. Hat mir Spaß gemacht, ja. Mir auch, vielen, vielen Dank. Ja. Bitteschön. Das war Jan Ulrich. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Das erste Wort, was mir nach diesem Gespräch in den Sinn gekommen ist, ist das Wort radikal. Jan oder Ulle war radikal als Radrennfahrer. Er war radikal in der Selbstzerstörung und ist jetzt radikal offen. Wirklich, wirklich beeindruckend. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu dieser radikal offenen Folge zu sagen habt. Schreibt das gerne in die Kommentare und ich weiß ja auch, dass ihr immer mal wieder meinen Gästen direkt schreibt und ich glaube, in diesem Fall ist Support kein Mord. Ich glaube, es ist eine gute Sache, eben da so ein bisschen positive Energie, wenn ihr sie denn habt, rüber zu schicken. Vielen, vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an Torben Becker für die redaktionelle Unterstützung, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen und an die Finz für die Musik und auch herzlichen Dank an die Luisenhöhe in der Nähe von Freiburg, denn dort haben wir dieses Gespräch aufgenommen. Wenn ihr Lust habt auf ein weiteres Gespräch, dann möchte ich euch das Gespräch mit Jürgen Klopp empfehlen. Das haben wir nämlich ganz in der Nähe von dort aufgenommen und ist für mich auch ein sehr, sehr besonderes Gespräch in diesem Jahr gewesen, so wie dieses Gespräch ja auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Ich freue mich, wenn wir uns hier bald wiederhören und wiedersehen. Bis dann. Tschüss, euer Matze. Ich freue mich, und ich freue mich,